Wir haben uns hier versammelt, um Final Fantasy VII Rebirth weiterzuspielen. Heute werden wir tatsächlich Hauptquests weiter durchziehen. Wir sind in Cosmo Canyon angekommen. Die ganzen Weltereignisse, wie gesagt, mache ich offstream, damit die uns jetzt nicht allzu lange zurückhalten. Die Protosubstanzen machen wir onstream, genauso wie die Nebenquests und so. Aber heute gucken wir erstmal so ein bisschen noch weiter, was die Hauptquests angeht. Und wir sind zuletzt stehen geblieben und sollten mitgehen zum Seminar. Wo ja Tifa und Aerith wohl auch schon hin sind. Moini. Wieso ist Peppa Pig bei dir auf der PS5? Das habe ich mal gespielt, als ich gewartet habe, dass Fortnite geupdatet wird. Das Seminar wird in Kürze beginnen. Mhm. Worum geht es in dem Seminar? Meister Bogenhagen hat mir alles berichtet. Nun steht einer Teilnahme am Seminar nichts mehr im Wege. Mhm. Okay. Moin. Alter, die haben da hinten einen Sitzkreis. Ach du Scheiße. Doch inzwischen weiß ich, dass er Unrecht hatte. Ja, ihr dürft mir sehr gerne sagen, wie ihr es findet. Der Chat hat jetzt unten rechts, statt diesen Schlagschatten, eine Kontur. Ich glaube, man kann den so dann besser lesen. Ich habe das bei internationalen Streamern gesehen, dass das so bei denen aussieht. Und ich fand es gar nicht so schlecht. Ich glaube wirklich, hier ist so ein Multilevel-Marketing. Oh Gott, das ist so anonyme Alkoholiker. Jeder muss gleich einmal aufstehen, was sagen. Hab eben geresubt, wurde nicht angezeigt oder vorgelesen? Da musst du nochmal neu laden, dann kannst du es teilen. Ich bin in den Lebensstrom gefallen. Ey, oh stimmt, das ist passiert. Wer ist er denn? So klappt's. Mumpf, danke für drei Monate. Kuss, kuss, kuss. Danke für dein Reza. Ah. Tobey Maguire? Ich führe seit drei Tagen einen Krieg gegen Kalifornien. Stark. Ich dachte, hier würde ich sie finden. Well, about that. Das soll keine Kritik an der Planetenkunde sein. Und ich will auch niemandem Angst machen. Aber... Also... Tut mir leid. Ich kann es nicht richtig erklären. Oh, das war heute Staffelfin, Alter, was ich gesehen habe. Crazy. Toll gemacht, wirklich tiefer. Top. Ja, tiefer, ja. Das Seelengeleit. What are we doing? Ein Ephried. Wir gehen schon mal vor. Ass of Steel. Das ist doch stark, Bernie. Alles für den Arsch. Ich habe gerade eben nur nachguckt, weil mich das kurz interessiert hat. Ich habe heute im... Immer wenn ich im Gym bin und Cardio mache, gucke ich nebenbei ein Anime. Und momentan der Anime of my choice war One Punch Man. Und ich kann euch sagen, One Punch Man im Gym zu gucken, schiebt anders an. Sehr, sehr geil. Ich habe heute das Staffelfinale von der ersten Folge geguckt. Da gab es auch eine Kampfszene. Junge, ich bin fast aufgesprungen und hätte andere Leute verprügelt. War das geil? Einmal im Jahr sammeln wir die Seelen, die sich in unser Tal verehrt haben und führen sie zurück zum Planeten. Vielleicht möchtest du unseren Feierlichkeiten auch beiwohnen. Ihr sammelt die Seelen? Okay. Schillig. Sekte, Sekte, Sekte. Ja, wie gesagt, ich habe den immer nur so nebenbei geguckt. Also One Punch Man ist ja auch einfach irgendwie so... Eher so Comedy-Anime gefühlt. Also klar, da wird auch ein bisschen rumgeboxt und so und rumgekämpft. Aber der Anime ist ja schon sehr albern. Und das war fürs Gym echt super. So nebenbei das zu gucken, ist schon cool. Hat gebockt. Das Wetter sieht jetzt ja nicht so toll aus. Ui. Oh, ich nehme alles zurück. Hübsch. Oh, können wir jetzt mit allen nochmal einmal quatschen? Damals, als ich noch ein Kind war, habe ich mit Mama und Papa auch so um das Feuer herum gesessen. Und wir haben... Ach, nichts. Vergiss es. Erzählt schon. Ich höre gern zu. Wenn ich an meine Mutter denke. Komplett geil, Alien. Komplett geil. Weißt du? Ganz im Gegensatz zu meinem Vater. Ja, genau, Mumpf. Genau das. Barrett. Nein, wir kämpfen. Wenn wir nicht kämpfen, wird sich auch nie etwas ändern. Das sehe ich auch so. Resistanz. Ich verstehe, dass in dir ein vernünftiger Kerl steckt, Cloud. Ja, Mann. Schön bei allen kurz Life is Strange mäßig die Verbundenheit schön stärken. Das war ganz schön peinlich von mir, was? Nein. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Sie haben nur nicht richtig zugehört. Ich hab dich verstanden. Ich wünschte, das hätten alle. Ist nicht deine Schuld. Ich danke dir, Cloud. Ja. Jofi? Die Verstorbenen kehren zum Planeten zurück. Also das ist mit Abstand das Dümmste, was ich je gehört hab. Echt jetzt. Ich möchte übrigens wirklich kurz einmal auch zwischengrätschen. Wir wissen ja noch nicht, was sonst so in dem Chapter passiert. Aber Fabi hat gestern einmal gesagt, dass Jofi ihm in diesem Chapter ziemlich auf den Sack gegangen ist. Und ich fühl's. Also, erstens, dass sie immer diesen Schokobo-Jingle singt, wenn man auf den Schokobo geht. Geht gehörig auf den Sack. Aber, wir sind in eine neue Gemeinde gekommen. Also die ist ja, ich find, es ist cool, so einen quirky Charakter zu haben, der auch immer so ist, so Alles witzig. Und es war bisher auch cool. Und die war auch zwischendrin witzig. Aber, ich find's fast ein bisschen asozial, dass wir gerade in so eine Gemeinde kommen, die auch irgendwie die Heimatgemeinde ist von Red. Und Jofi sagt einfach out loud zu diesen Leuten, ey, das, was ihr denkt und tut, ist richtig Opfer-Shit. So, Jofi, get a grip. Wenn man stirbt, ist man tot. Mehr nicht. Du scheinst es ja zu wissen. Meine Verbundenheit zu ihr hat sich vertieft? Why? Ach du Scheiße, ey, Arif wird ja gleich geopfert. Das ist jetzt gleich so Midsommershit. Plötzlich bin ich in einem Bärenkostüm. Kostüm. Ha! Ich bin vom alten Volk. Das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Man kennt uns als Zetra. Oder kannte uns. Denn... Ich bin die letzte Überlebende. Meine Herkunft... brachte mir viel Leid. Seit ich klein war, wurde ich gemieden. Oft gefürchtet... Ich bin verfolgt und wurde auch eingesperrt. Meine Herkunft war für mich wie ein Fluch. Selbst wenn ich mich freute, erinnerte mich immer etwas daran, dass ich anders war. Und das machte mich traurig. Aussichtslos. Nur so kann ich's beschreiben. Ein normales Leben schien unerreichbar. Und so... gab ich auf. Sie anlächeln. Das hat nicht geklappt. Das hat gar nicht geklappt. Oh Gott. Warum hab ich gedacht, dass er lächeln kann? Oh Gott. Am Ende hatte meine Herkunft... Das war terrifying. Oh Gott. Ich fand Freunde. Und heute... Oh, scheiße. Ich wollte nicht zwischenreden. Ich wurde belohnt. Ach, du Kacke. Was, wenn jemand bei dem Foto sagt, lächel doch mal. Hä? Ich brauche kein normales Leben, solange ich sie an meiner Seite habe. Das ist schon cute. Und für sie werde ich tun, was ich kann. Oh, sind das so Dinger, die nach oben fliegen? Oh, hübsch. Oh, solche Dinger finde ich so hübsch. Du meinst Lattea? Ja, aber genau die, die so hochfliegen. Und das soll jetzt sinnbildlich für die ganzen Seelen stehen, bestimmt. Nun gut. Sind alle bereit? Ich hab dich angelächelt. Excuse me? Ich fühle mich befreit. Oh nein. Der Dragon Ball Z-Opa ist zurück. Ach, hier warst du die ganze Zeit, Lallaki. Opa. Es gibt da etwas Wichtiges, das ich dir zeigen muss. Komm doch bitte mit mir mit. Deine Freunde können uns natürlich begleiten. Und was waren eure Eindrücke vom Seelengeleit? Ich weiß nicht warum. Doch es kommen immer mehr Gäste von außerhalb, um der Zeremonie beizuwohnen. Fragt man sie hinterher, sagen die meisten, dass sie überwältigt oder sogar zu Tränen gerührt gewesen wären. Ich freue mich, dass das Seelengeleit so positiv aufgenommen wird. Denn dieser Zeremonie wohnt eine große Kraft inne. Und die Menschen stören dies instinktiv. Sie sind ergriffen von dem... Ich finde seine Stimme übrigens grausam. ...wann sie allerdings, ob sie sich noch mehr mit der Planetenkunde beschäftigen wollen? Nun, danach verlangt es dem wenigstens. Doch warum? Wir sind im Alltag umgeben von Hunden, Katzen, Fischen und Pflanzen. Sie alle werden nicht umsatzlebewesen genannt. Wenn ein Kind geboren wird oder eine Pflanze erblüht, ist die Kraft des Lebens für jeden deutlich spürbar. Und bewegt die Herzen der Menschen. Doch das Leben des Planeten kümmert kaum jemanden. So. Tut mir leid. Ich rede und... Boah, jetzt rennt er aber. Juuu. Ja man, alter Meckerhans. So hören sich Mansplainer für mich an. Ey, yo. Das erinnert mich ein bisschen an diese Generatoren, die wir schon gefunden hatten. Nun, wollen wir weitergehen? Aber ist diese Tür nicht versiegelt? Richtig. Ich habe sie damals versiegelt. Der Zugang zu den Gefilden dahinter ist eigentlich untersagt. Aber du wirst dich nun einer Prüfung unterziehen. Oh ne. Was? Was? Wenn du zu einem wahren Hüter dieses Tals werden möchtest, musst du dich ihr stellen. Was sagst du? Bist du bereit? Ja. Klar. Nanaki wird eure Hilfe brauchen, um die Prüfung zu bestehen. Hinter dieser Tür warten einige Gefahren auf euch. Bereitet euch also gut vor und lasst mich wissen, wenn ihr so weit seid. Okay. Was hinter meiner Kamera hier gerade steht ist, die Hauptstory erfordert hier das Level 36. Wie ihr seht, ich bin Level 39. Ich würde sagen, wir sind ganz gut vorbereitet. Dann lasst uns gehen. Dass ich mal overleveled bin. What? Gut vorbereitet, ist halb gewonnen. Mhm. Unser Weg führt uns immer weiter, bis ins tiefste Innere der Höhle. Höhle der Ghi. Pfad der Heimkehr. Mhm. Ich finde das alles sehr mystisch, was hier gerade passiert. Ab nach unten. Tüdelitün tüdelitün. Tüdelitün tüdelitün. Hat Nanaki euch eigentlich schon von seinen Eltern erzählt? Nein. Meine Eltern waren beide Hüter dieses Tals. Und doch vom Charakter her völlig verschieden. Als wir angegriffen wurden, hat sich meine Mutter mutig und ohne zu zögern auf den Feind gestürzt. Sie starb beim Versuch, uns alle zu beschützen. Bam. Seto Kaiba? Von Yu-Gi-Oh? Seto Kaiba. Ich wusste, dass sie irgendwas im Schilde führt. Kammer der Täuschung. Von diesem Punkt an dürfen nur noch zwei weitergehen. Derjenige, der sich der Prüfung unterzieht und sein Beobachter. Wer ist der Beobachter? Ich. Klar. Dann wäre es wohl kaum noch eine Prüfung für Nanaki. Ich denke... Alle, aber nicht Yuffi. Du würdest perfekt passen. Was? Barett? Wieso gerade er? Jetzt wird man nicht frech. Wenn es sein muss. Kaufen. Mega Tränke. Her damit. Phönix-Federn haben wir auch noch einige. Wir sollten eigentlich mal ein paar mehr davon kaufen. Kaufen wir mal so. Das ist, glaube ich, gut. Biker-Reif. Damn. Okay. Mit der Stimme von Red ist passiert, dass er seine Stimme immer verstellt hat. Red heißt Nanaki. Und... Der ist, ich glaube, 45 in seiner Red-Form. Aber in Menschenjahren ist er ja gerade mal 15. Dementsprechend eigentlich ziemlich heftig, dass er seine Stimme so tief verstellen konnte. Schnelligkeit. Oh, das ist sehr gut. Und MP-Maximum nehmen wir auch mit. So, Barrett können wir auch noch mal upgraden. MP-Maximum. Wir sind aber auch alle nicht allzu große Fans davon, dass er jetzt plötzlich so eine hohe Stimme bekommen hat. Oder seine normale Stimme benutzt. Wir sind bereit, nehme ich an. Alright. Okay. In der Höhle ist es nicht ungefährlich. Passt bitte gut auf euch auf. Okay. Neetalk, das war ein richtig cooles Spiel damals. Das war gut. Das lief doch wirklich ziemlich gut. Dafür, dass ich mit Red echt sehr wenig bisher gespielt habe. Ach echt. Red kann sich klettern an manchen Wänden fortbewegen. Damn. Gib mir doch acht, dass du nicht zwischendurch aufhörst zu steuern, Kreis drückst oder an unüberwindbare Stellen gerätst, da Red sonst unsanft herunterfällt. Oh, unsanft. Unsanft. Schön ausgedrückt, finde ich. Super, Ather. Red, bitte komm in die Pubertät. Ja, dass er die Stimme jetzt zum Beispiel auch noch beim Kämpfen dann die ganze Zeit aufsetzt, ist so... Ich bin jetzt auch nicht der größte Fan davon, sagen wir es so. Unbehagen. Was macht der die Longlegs hier? Also die G wurden uns auf jeden Fall noch nicht vorgestellt. Aber es hieß jetzt ja gerade schon, dass wir die näher kennenlernen und verstehen werden, wenn wir hier tiefer eindringen. Bin gespannt. Weg. My planet needs me. Seelenohrring. Da sind noch mal Stinger. Ah, hier oben kann man sowieso gerade noch langlaufen. Da oben ist nix. Tiefer eindringen. Mhm. Genau. Da denken wir doch alle, was. Die feurige Verkettung ist ziemlich krass, weil das wirklich von Gegner zu Gegner überspringt. Ich finde die Stimme von Rat. Die neue, also von Nanaki. Die hat so ein bisschen was vom Anzeigen-Hauptmeister. So eine Energy gibt er mir gerade damit. Hab Final Fantasy VII endlich durch, freue mich auf deine Reaction. Jawoll. Glückwunsch, GG. Ne, ne, mir geht's gut hier oben. Tschau, tschau. Was für Jürgen. Okay, den sollten wir so auf jeden Fall besiegen können. Äh, Ascorbin. Danke sehr für deinen Sub. Herzlichen Dank. Für dein TI-Sub. Willkommen, willkommen. Thank you. Wie kommen wir da rein? Wir sprechen mit der Tür. Das wird klappen. Hat für sechs Monate direkt abonniert. Damn. Danke sehr. Herzlichen Dank. Willkommen, willkommen. Direkt ein halbes Jahr im Voraus abonniert. Crazy. Hab ich gar nicht gesehen hier im, ähm, in Chattarino. So, was muss ich tun? Wenn du das Seil kappst. Welches Seil? Das da. Wie soll ich das? Ah, ich weiß, wie ich das kappen soll. Oder? Nö. Hier kann ich doch nicht hochlaufen. Und zu Barrett kann ich gerade nicht wechseln, soweit ich sehe. Ähm. Ach so. Durch da. Das würde ich auch gerne können. Boah, wenn Barrett so an der Wand laufen könnte, das wäre auch ein bisschen geil. Warum darf der das nicht? Fände ich nett. Boah, wir kriegen sehr, sehr viele Heiltränke gerade. Das macht mir ein bisschen Sorge. Was uns so... ...als nächstes erwartet. Okay, die kommen da hinten rüber, runter. Ich kann dann einfach hier runterjumpen. Auf die Nuss! ...als nächstes erwähnt. Oboller. Ah, Prüfung bedeutet, wir müssen gleich dann gegen irgendwas oder irgendwen kämpfen? Ich kann mir gerade noch nichts darunter vorstellen, weil momentan ist ja erstmal nur ein tiefer in den Tempel laufen. Das ist jetzt noch nicht so krass. Die Kombi Red und Barret gefällt mir aber eigentlich ziemlich gut. Mit denen kann man richtig gut zusammen kämpfen. Ist nice. Ich finde, die geben mir gerade irgendwie so ein bisschen Skyrim-Vibes. So was mit dem Helm. Wer ist er? Ist das eure Prüfung? Red, Red, Red sind alle meine Barrels. Oh ja, in der Tat. Man soll sein Gegenüber ja eigentlich nicht nach dem Äußeren beurteilen. Aber die Gii sind genauso fürchterliche Gegner, wie ihr Aussehen es vermuten lässt. Und meine Mutter wurde von so einem... Nanaki, hier beginnt deine erste Aufgabe. Sie besteht darin, dich umzuschauen. Du musst verstehen, was ihr vorgefallen ist. Hm. Alles klar. Finde ihre Limite. Der Gii. Bring die Wahrheit ans Licht. Nur dann wird sich dein... Dieses Rätsel ist 60 Pikarat wert. Drücke L2 über einem herumliegenden Gegenstand, um diesen aufzunehmen und an einen anderen Ort zu tragen. Red behält diesen Gegenstand im Maul, solange du L2 gedrückt hältst. Suche nach Gegenständen, bei denen es sich um Relikte der Gii handeln könnte und bringe sie zu Bogenhagen. Falls zu einem Kampf kommt, lässt Red den Gegenstand zwar fallen, kann ihn auch im Anschluss erneut aufheben. Okay. 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 Okay, wir haben hier oben auf jeden Fall irgendwas gefunden. We found something. Red, lass los! Wie der Opa einfach abzischt. Ciao. Okay. Der hat es einfach zurückgefeuert. Okay. Der hat es einfach zurückgefeuert. Was soll das? 10! Angriff! Auf die Falle! Auf die Falle! Au! Au! Okay, also da kann man ihn gut treffen. Und jetzt soll er da unten. Adieu! Adieu! Er ist da oben! Selbst im Tod sind die Gii noch voller Hass auf uns. Sie wandern rastlos durch diese Höhle auf der Suche nach Vergeltung. Ziemlich lästig. Nun, auch sie haben ihre Gründe. Man sollte stets auch einen Unterlegenen mit dem nötigen Respekt behandeln. Diese Statue steht ebenfalls aus gutem Grund hier. Ich möchte daher, dass du entsprechend sorgsam mit ihr umgehst. Die Statue ist da links jetzt, oder was? Unsere leblosen Höhlen. Wir brauchen die Statue. Der da links jetzt, oder was? Dann nehmen wir die doch mal mit. Sehr gut, Barrett. Überhaupt nichts getroffen. Das soll man mal mitnehmen. Denke ich. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur für die Tür war. Deswegen, ich schleppe das mal weiter mit mir rum. Ja, ja, ja. Da muss das hin. Okay. Kammer der Zeremonie. Ist das ein Altarraum? Ich weiß ja nicht. Sieht eher nach einer Hexenküche aus. Eine Hexenküche. Das ist eine wirklich interessante Betrachtungsweise. Die sehen aus wie die von vorhin. Alles hat einen Sinn. Ohne Zufälle bestimmen unser Leben. Wer kann das schon sagen? Aber du weißt sicher, was jetzt zu tun ist, Nanaki. Das wird ein schweres Rätsel. Oh, weia. Stelle die Statuen auf den Altar. Des gelben Kriegs Gottes. Oh. Biip. Unsere Uhr haben wir nas. Ein Siegel. Was kommt denn jetzt? Verflucht nochmal! Das war's? Hu, hu. Der rote Kriegsgott. Und jetzt brauchen wir noch den blauen. Wo mag sich der denn verstecken? Bestimmt da unten irgendwo. Ein Kosmotiv. Ich habe übrigens ein bisschen Angst, was Alone in the Dark angeht. Weil heute sind die Reviews gedroppt. Und auf Metacritic hat Alone in the Dark gerade mal eine 60 bekommen. Was gar nicht mal so gut ist. Aber wir werden uns selbst unser Bild machen. Oh. Gestärkte Abwehr 2. Wow. Müssen wir hier gleich etwa eine Kampfprüfung ganz alleine machen. Bloß nicht in das Marco runterfallen. Unterfallen. Ah. Wie können wir niemals vergessen. der wurde ein bisschen zerstört würde ich sagen dann öffnet sich hier hinten eine sehr große tür die geschichte dieses tals mit der ankunft ag und zwar vor tausenden von jahren diese alte wurde errichtet die in ihm auf alle zeiten zu versiegeln die die sollten damit für immer verbannt werden sie uns dann angreifen darauf habe ich keine antwort nur die selbst kennen die wahrheit ich hätte halt alleine gerne für mich nur mal eine erklärung warum er red 13 heißt das glaube ich doch es gab einen hüter des tals der um die schwachstelle wusste die diese höhle darstellte dieser hüter machte sich ganz allein auf den weg zur höhle wie erwartet sammelt sich hier die klinger der gie bereit das tal zu stürmen er selbst von dem gedanken seine heimat zu schützen stürzte sich der hüter in den kampf und schaltete einen gegner nach dem anderen aus gigatrank hilfe alter es gibt mir gerade so ein bisschen tears of the king im untergrund vibes mit diesem miasma das sieht ja mal richtig einladend aus was das herz ist allzu schnell erfüllt von furcht doch sie wird nicht gewinnen denn du allein bist es der über dich entscheidet nur wenn du alle türen im inneren der höhle hinter dir lässt ist die prüfung geschafft du solltest dich bereit machen du solltest dich bereit machen auf geht's auf zum ersten tor was für roulette wie sehr parrot vorbeigeschossen hat wow den triffst du jetzt aber okay die musik lässt auf jeden fall darauf schließen dass wir gleich ganz ganz wilder kram passiert die musik lässt auf jeden fall die musik ist 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 Etho? Am I tweaking oder hat der gerade Sephiroth gesagt? Den erstmal schon mal kurz rausholen, rausnehmen. Okay, Feuer ist gegen die komplett quatschig. Am Freitag gibt es ein Paddle auf der PAX East zum neuen Final Fantasy 16 DLC. Ich wusste gar nicht, dass dazu auch ein DLC kommen wird. Also richtig cool. Kennt ihr das, wenn ihr zu dumm seid zu trinken? Wir lieben es. Juhu. Jetzt sehe ich aus wie so ein Toddler. Kann ich mal aus der Dose trinken. Das war's. Das war's. Das war's. Ich war, Nanakie. Huho. Du bist wirklich ein kluges Köpfchen, Nanakie. Diese Hauber, wie könnten wir sie jemals schießen? Endlich, endlich ist die Zeit, der kommt, so in der Schau, dass du mit uns auf der Warte verarbeitest. Verfluchte Pfeile, aua. Das klingt, als ob es weh tut, ich weiß nicht, ob es weh tut. Yippie! Ein Glück. Markus! Danke sehr für deinen Raid. Hallöchen, Hallöchen! Brain! Na? Aber erwartet ihr jetzt nicht, dass hier irgendwie schlaue Dinge passieren, nur weil ich Brain heiße, ne? Ich hab mir den Namen damals nur gesichert. Also, hier passiert jetzt nichts Schlaues. Das ist Irrtum. Hallöchen, Hallöchen! Ich hoffe, ihr hattet einen wundervollen Stream bei Markus. Wir spielen Final Fantasy VII. Mal wieder. Immer noch. Seit 13 Tagen jetzt schon. Ich bin in einer Hyperfixation. Es ist ein großartiges Spiel. Schlau, dass du dir den Namen gesichert hast. Oder, ich muss auch ehrlich zugeben, es war ein bisschen... Was heißt gesichert? Man konnte so Partnerkräfte von Twitch aktivieren. Und aus welchen Gründen auch immer war Brain damals inaktiv. Dann konnte man sich den... Schnappen! Der Name ist ironisch gemeint. Genau. Gieren ist leider nicht vorhanden. Das stimmt. Das stimmt. Der arme andere Brain. Der hat einfach sechs Monate nichts gemacht. Dachte sich, oh, schön Urlaub in Teneriffa. Dann kommt er wieder und sieht, jetzt irgendein Volltrottel hat seinen Namen geklaut. Brain, falls du... Der ist wahrscheinlich englisch, ne? Hey Brain, if you're seeing this... Sorry, man. Wer jetzt wohl heißt? Musste sich so... Brain 2. Ja, der hat sich Brain 2 genannt. Es gefällt mir, wie du denkst, Mensch. Sehr gut. Sehr gut. No Brain, auch gut. Auch gut. No more Brain. My old username was... Geklaut. From a German kid. Ist wahrscheinlich ein bisschen lang, der Username. Ist nicht ganz so sprechend. I lost my Brain. Ja. Brain muss Bäume. Ey. Möglich. Es gibt viele Möglichkeiten. Traumhaft. Ja, also falls ihr... Falls ihr noch eine Aufgabe haben wollt, so als Internet Sherlock. Ähm. Begebt euch auf die Suche nach jemandem, der weint, weil er den Namen Brain nicht mehr hat. Könnt euch dann gerne melden, wenn ihr ihn gefunden habt. Ich würde euch sehr gerne auch mit irgendwie ins Boot holen, in die Story von Final Fantasy 7. Aber das ist sehr schwierig, weil wir schon sehr tief im Spiel sind. Also würde ich sagen, guckt einfach drauf, wie es schön funkelt. Und lasst euch davon berieseln. Ich glaube, das reicht schon. Und sonst, willkommen, willkommen. Mach auf Twitch eh nie was anderes. Ja, so ist auch richtig. Das sollte man auch so tun. Immer auf dem zweiten Monitor. Manchmal wundern, wenn es irgendwie blitzt und sich dann denken, ach, stimmt. Ich habe hier einen Stream offen. Äh, muss ich die irgendwo festmachen? Ah, da. Zip. Bestimmt in irgendeinem Subreddit vergraben. Oh. Stell euch vor, es gibt irgendwann so ein typisches Video-Essay. Das ist dann so ein Zwei-Stunden-Video und einer redet darüber, how I lost my username. Und dann geht es da um mich. Und am Ende werde ich gedockst. Es wird meine Adresse rausgegeben. Und eine Fahndung aufgegeben. Das habe ich nur getan, als ich mir diesen Namen hier aufgehalst habe. Gar nicht gut. Upsala. Wenn man sich den Expansion-Pass holt, bekommt... Was passiert hier? Kurz einen Moment. Bekommt man das Panzerschwert? Oh, das ist cool. Dann wäre es verdient. Ey, voll. Ich würde mich auch freuen, wenn jemand einfach so so ein Zwei-Stunden-Video-Essay über mich macht. Ist ja auch so ein bisschen anerkennend, ne? Schon toll. Der Löwen-Katzen-Hund? Was ist ein Löwen-Katzen-Hund? Das klingt, als ob ihr irgendwie komische Tiere kreuzt. Der wir gerade sind... Ach so, du meinst vom Game. Oh Gott. Ich dachte, du redest gerade so vom Real-Life. Keine Ahnung. So, du hast eine Tante und die hat einen Löwen-Katzen-Hund. Ich dachte schon wieder, ich lebe hinter dem Mond und kenne irgendwelche Tiere nicht. Ähm. Der Löwen-Katzen-Hund, der wir gerade sind, hat uns stundenlang eine andere Stimme vorgekaukt, um älter zu wirken. Jetzt sind wir aber bei ihm zu Hause und er ist eigentlich ein Teenager. Genau. Das ist die Erklärung von uns gerade. Kommt, Kiga-Trank. Rein damit. Red ist ein Löwen-Katzen-Hund. Jawohl. Jetzt bin ich auch wieder, bin ich wieder am Start. Warum ist er jetzt hier auch ein Hexer? Das ist ja voll frech. Oh, oh, das wird weh tun. Aua. Hey. Uff. Ich... 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 Hauptsache, ich werde in der Luft einfach versteinert. Wir sollten aufpassen, weil, wenn wir gleich beide versteinert sind, sind wir direkt im Game Over. Das wäre uncool. Wir haben es überlebt. Einglück. Solange es keine Mischung aus Mensch und Hund ist. Ich habe Fullmetal Alchemist nie gesehen. Aber ich sehe immer nur diese Bilder. von einem Hund und von einem Kind. Was? Pure Enttäuschung. Äh, nee. Tatsächlich nicht. Das ist die traumatischste Szene meines gesamten Lebens. Oh, weia. Ja, das holt mich jetzt natürlich ab. Da muss man das gucken. Das stimmt. Und ich habe Attack on... Aber Attack on Titan war auch gut. Und auch traumatisch. Die traumatischste Szene... Oh, das holt mich jetzt schon ein bisschen ab. Ich kenne auch nur die Szene. Aber die Szene alleinstehend ist so krass. Attack on Titan war nicht verarbeitet. Verständlich. Das war aber auch... Ich finde es immer noch verrückt, dass... Ich sehe immer nur irgendwelche TikToks dazu. Das würde ich auch gerne können. Wie... Viele Sachen in den allerersten Episoden quasi schon so gespoilert werden. Lowkey. Sodass alle sagen, dass der Mangaka davon das eigentlich rückwärts geschrieben haben muss. Was auch immer noch, glaube ich, einfach eine valid Erklärung dafür ist. Der hat einfach rückwärts geschrieben. Wer kann beweisen, dass er es nicht getan hat? Evangelion habe ich auch nicht geguckt. Ich will nicht gegen die Kämpfe. Ähm... Hilfe. Don't do it. Ich weiß nur bei... Evangelion, dass... Ähm... Es irgendwie 10.000 Filme, Serien, Mangas, alles Mögliche gibt. Ich wüsste auch nicht mal, wo man da anfangen müsste. Hm. Wie viele sind das denn auch? Ich mag es hier nicht. Hm. Hilfe. Ich glaube, ich heile mich erst mal kurz. Vorauf entspannt. Bei jedem Evangelion-Rewatch habe ich mir ein bisschen Evangelion-Tattoo stechen lassen. Irgendwann bestehe ich daraus. Aber auch stark. Aber auch stark. Können wir jetzt ein wenigstens vielleicht gleich mal besiegen von denen? Der ist schon mal im Schock, das gut. Ja, 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 ja. Sehr schön. Einer nach dem anderen. Sag mich das gleiche, was ich sage, Red. Bitte. Auch gut. Aua. Warum ist der Rot? Hilfe. Jetzt ist er schockenfällig. Gott, du Gott. Na, ich dachte, der hat schon. Oh, wir haben noch nie unser Limit eingesetzt. Doch. Nee. So. Er ist immer noch nicht tot. Doch. Ich habe ihn damals als Kind mal als Abendshow auf Super RTL gesehen. Man sollte irgendwie ein paar Folgen der Serie schauen, dann einen Film und dann nur bis zu einer gewissen Stelle dies, das, so oder so abgefuckte Scheiße, ich lieb's. Ja, okay. Also, ich gehe ja voll mit, wenn man sagt, hey, es ist cooler, wenn man das und das vorher geguckt hat, so als Vorgeschichte. Aber wenn die anfangen zu sagen, guck erst diese Serie bis Folge 12, dann guckst du den Film bis Minute 32. Also, irgendwann wird es mir auch ein bisschen zu bunt. Da bin ich da, glaube ich, auch raus. Und dann guckst du den zweiten Film, aber nur mit dem rechten Auge. Das ist wichtig. Weil der Film ist in 3D und dann siehst du nur die Hälfte. Das ist komplett auch freaky. Das wär's doch noch. Gibt's eine Möglichkeit, so typisch alte rot-blau 3D-Filme so zu drehen, dass man mit den Farben andere Filme sieht? Doch, so funktioniert 3D. Hä? Ich hab das verstanden. Ich sag ja, Brain ist nicht Programm. ja. Man muss auch alle meine Kanäle kennen, um die Time-Fan und Lore zu verstehen. Definitiv. Und selbst dann ist es noch verwirrend. Böse, Freund und Feind mögen auf den ersten Blick wie Gegensätze erscheinen, doch die Grenzen sind fließend. Nun, Endanaki, ich bin sicher, dass du auch das nächste Rätsel lösen und uns einen neuen Weg aufzeigen kannst. Ne. Hier machen wir das Spiel aus. Ich komm nicht weiter. Was passiert hier? Der fährt sich aus. Okay. Aha. Das war jetzt noch nicht ganz so kompliziert. Dann hab ich verstanden. Ich freu mich, wenn ich mal wieder ein Anime gucken muss, wo ich nicht jede Folge verstörend weiden muss. One Punch Man kann ich empfehlen. Das ist einfach nur so ein glatzköpfiger Typ, der lustig ist. Und Leute boxt. Das ist gut. Ist entspannt. Aber wenn du sonst nochmal was Verstörendes sehen willst, wo du wirklich heulen musst, Jujutsu Kaisen. Ganz entspannt. Das ist, das ist was für die Seele. Das ist einfach toll. Da passiert auch nichts Schlimmes. Das ist, das sind einfach Jugendliche, die Spaß haben. Das ist, denen geht's super. Ich muss wirklich, also bei dem Shibuya Arc von Jujutsu Kaisen gab's wirklich Momente, wo ich vor meinem Fernseher saß und mir so dachte, ich kann das nicht weitergucken. Das geht nicht. Das ist, das ist, Skip and Loafer war mein Wholesome Pfaff letztes Jahr. Skip and Loafer. Oh, der sieht süß aus. Der sieht sehr süß aus. Ich hab mal Madoka Magica damals gesehen, ohne was zu wissen, aber diese kleinen, diese kleine Scheiß-Tier. Ich sag nur Nanami. war schön, war gut. Kaufen wir uns dafür nochmal 5? Ich hab danach glaubst, ne Stunde geheult. Oh nein. Aber verständlich. Hauptsache, der braucht die ganze Bank. Okay. You started liking this character. Well, fuck that character. Mhm. Ach du. Ui. Oh nein. Oh nein. Ihr Hass ist viel zu starben. Nehm dich in Acht, Dalaki. Jo. Man kann den Grün attack. Wir machen besser schnell, sonst verflucht er uns noch oder so. Das hat verflucht er uns noch oder so. Oh, Seelengriff. Da will man nicht drinstehen. Ciao. Jetzt hab ich dir das an. Haben wir mit irgendjemandem? Ne, Analyse haben wir. Nö. Wir gehen einfach drauf. Ah. Okay. Red ist wieder frei. Ein Glück. So, Vita. Frech. Schock-unfällig. Au. Oooo Natürlich ist er jetzt nicht mehr Schockern verlässt Heilung? Wurde schon angedeibe Ow Synchrofertig? Ich wusste gar nicht, dass wir eine Synchrofertigkeit zusammen haben Schick Nein! Nicht schon! Och, Noooooo Megatrank soll er erstmals Ich habe einfach ihn geheilt. Warum denn? Aber ich habe trotzdem die Heilung auch selber abbekommen. Warum kann ich ihn überhaupt auswählen? Ach, weil ich wahrscheinlich eine Granate oder so auf den aufwerfen kann. Sehr schön. Ich finde, der hat sehr was von so einem Zelda-Boss. Oh ja, noch so ein paar. Jetzt kommt der Elektron aus. Oh Gott. Wir könnten... Alter, wie viele sind das? Das ganze Alphabet steht hier vor uns. War das alle? Ich glaube, ja. Neue Kanon just dropped. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich, dass der nicht getroffen wird. Oh Gott. Ich glaube, wir beschwören jetzt aber wirklich nur Dings. Leviathan, komm ran. Wir haben gleich auf jeden Fall unser Limit ready. Mondheuler. Ne, Blutzahn machen wir. Hallo, Blutzahn bitte. Blutzahn, danke. Red heilen. Erstmal Fertigkeit. Dafür, dass das Schockpotenzial groß war, war es gar nicht mal so krass. Nein, nein, wau, wau, wau. Wir wurden das erste Mal nicht gegriffen. Ey, yo. Nein. Au. 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 Musik geht hart. Ich weiß nicht, wie man am besten die hier platt macht. Vielleicht macht er jetzt alle platt. Ich hoffe. Auf den Chainsaw Man Film freue ich mich auch sehr. Chainsaw Man hatte ich auch weiter gelesen im Manga. Wir heilen erstmal kurz Red komplett hoch. Zählenfeuer. Wegblocken. Spitze der Verwünschung. Davon wollen wir nicht getroffen werden, glaube ich. Seelengriff, mal wieder. Komm schon. Nice. Und Barrett hat jetzt sein Limit. Perfekt. Rein damit. Eigentlich will ich es schon gerne sehen. Nett. Okay, wir sind in der dritten Phase. Todesurteil. Der Count. Junge, Death Note oder was? Das ist das. Das ist das. Uncool. Wie viele Sekunden sind das? Wie lange haben wir noch? Roundabout. Kann das kurz mehr ausrechnen? Es sieht nach viel aus, aber ich glaube, es ist nicht viel. Länger als eine Sekunde. Perfekt, danke. Ich besiege den einfach, dann ist egal. Oh Gott. Ich fühle mich, als hätte ich gerade den Tod getötet. Ja, der Dragon Ball Z-Opa ist auch noch da. Ei, 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 ei. Entspannt. Schön. Du bist sehr stark geworden. Oh ja. Habe ich die Prüfung damit bestanden? Oh, 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 oh. Ich befürchte, diese Entscheidung kann ich nicht alleine treffen. Hä? Wir müssen auch einen gewissen Hüter um seine Meinung bitten. So, und wen? Wer ist der Hüter? Die ganze Zeit. That's the big question. Ready for Sephiroth? Ja, klar. Äh, rein. Ich dachte, heute Finale. Natürlich. Mauer der Rechtschaff meilt. Mhm. Ui. Dieser Hüter. Stellte sich furchtlos den Angreifern. Und rettete das Tal. Das sind einfach Radarn. Von Elden Ring. Hat er ohne Unterlass ein wachsames Auge auf uns alle. Oh. Das heißt, das ist der Papa von ihm. Ist das... Seto. Mein Vater. Ja. Aber das... Das kann... Das kann... Die Giftpfeile in seinem Körper verwandelten ihn zu Stein. Seitdem wacht er dort. Ich habe nur Lust, die etwas gesagt. Hätte sie das, wärst du sicher allein hierher gekommen, um ihn zu sehen, nicht? Für deine Eltern hatte der Schutz des Tals Priorität. Hm. Nur eins war ihnen wichtiger. Dich zu beschützen, Nanaki. Etwa... Weil ich so klein und schwach war. Ho, ho, ho. Dieser einst so kleine und schwache Nanaki ist mit der Zeit zu einem starken Krieger herangewachsen. Deshalb habe ich dich hierher gebracht. Tschüss. Nanaki. Du musst weiterziehen. Deine Reise endet hier nicht. Aber ich bin ein Hüter des Tals. Ich muss unser Zuhause beschützen. So wie... Hör mir zu, Nanaki. Zu Anfang habe ich es abgetan. Ich wollte euren Worten nicht glauben. Denn für mich klangen sie wie fandatisches Geschwänz. Hat man so lange auf diese... Wo sind die anderen plötzlich hergekommen? Ich... Denkt man oft, alles schon einmal gehört und gesehen zu haben. Ich war blind geworden für die neuen Möglichkeiten und Erkenntnisse dieser Welt. Das sehe ich nun. Ich hätte euch von Anfang an zuhören sollen. Ich spaw and in. Und Jung. Und ich möchte euch, Jungspunde, auch nicht zu hören. Und ich möchte euch, Jungspunde, auch nicht weiter aufhalten. Geh, Nanaki. Wann sonst? Wärst du am Ende doch genau so ignorant wie ich? Geh hinaus. Geh mit ungetrübten Augen und mit offenen Ohren. Und erlebe alles, was diese Welt zu bieten hat. Kümmern euch, Nanaki. Ja, wir werden hier. Prüfung nicht bestanden. Trainiere weiter und versuche es erneut. Schaffst du das, Nanaki? Hintergrund, komplett epische, tragische Familienstory. Bildschirmtastatur eigentlich eine echt geile Funktion. Aber ey, fair. Er konnte alles mit anhören. Oh. Hör mich an, Krieger. Wer ist er denn jetzt? Mein Name ist... G-Natak. Ich dachte, dich haben wir gerade besiegt. Oh, vage, mutiger und tapferer Seto. Erneut sind wir in Not. Bitte höre das Flehen meines Volkes. Ich danke dir, Seto. Du bist so großherzig wie eh und je. Krieger Nanaki. Und du... vom Volk der Cetra. Seedokaiber, ja. Von dem Jo. Kommt und folgt mir. Gleich kommt der Drache mit eiskaltem Blick. Was für eine aufregende Entwicklung. Für 2000 kommen wir mit. Heute machen wir es sogar umsonst. Nett. Dieses Wesen sind nach Rache. Das spüre ich genau. Bitte gebt gut Acht aufeinander. Petri Schale, boi. Unsere Welt steckt voller unerforschter Wunder. Was euch wohl erwartet. Bestimmt nichts Gutes. Ich glaube, wir dürfen ihn auf keinen Fall unterschätzen. Bucht des Fortschwemmens. Das sieht aus, als ob wir gleich bei Hades sind. Entspannt. Dieses Boot bringt uns in meine Heimat. Kommt. Steigt ein. Oh ja, Hades 2 wird, glaube ich, richtig gut. Gab es dafür eigentlich schon ein Release-Date? Wie es der Zufall will, braucht auch mein Volk welche. Lauf, rein mit euch. Oh. Ich komme wieder. Papa. Opa. Around March 2025. Okay. Ich glaube, die haben sich verschrieben. Die meinten März 2024. Haben ja noch ein bisschen Zeit. Kann man ja auch. Fünf ist ja auch direkt neben vier. Das ist, ja, ja. Würde ein Fehler sein. Boah, ist das hübsch. Boah, muss ich schon wieder kotzen. Schwing dich im Takt der Wellen hin und her. Leichter gesagt als getan. Was ist denn mit deiner guten Laune passiert? Ah. Die kommt wieder, wenn ich Materia sehe. Seid still. Der Planet hört uns zu. Kann er doch ruhig machen. Was der Planet hört, gibt er unmittelbar und ausnahmslos an die Zetra weiter. Und zu meinem Bedauern sind die Zetra leider nicht das toleranteste Volk. Und ich? Die Zetra sind meine... Vorfahren. Eine Zetra nur dem Namen nach. Mehr verbindet euch nicht. Und überdies scheint es mir, dass du ihre Geschichte vergessen hast. Die Zetra waren. Ein überaus grausames Volk. Diese Rückblenden zu sechs sind so weird. Ich merkte, wie ich verblutete. Wie das Leben aus mir herausströmte. Dann spürte ich gar nichts mehr. War mir sicher, ich sterbe. Aber da hatte ich mich geirrt. Es fühlte sich so an, als würde der Wind mich zerreißen. Als würde er versuchen, mein Bewusstsein von meinem Körper zu trennen. Als ich zu mir kam, war ich im Waisenhaus. Keine Ahnung, wer mich gefunden und dort hingetragen hat. Niemand hat was gesehen. Genauso war es bei mir auch. Eine ganze Armee will mir ans Leder und ich überlebe. Ich hatte echt krasser Schmerzen. Boah. Aber das heißt, die konnten die Mäuren nicht sehen. Als ich plötzlich ganz allein auf weiter Flur stand. Ergibt alles einfach keinen Sinn. Da überlebt man nur, um in so einer Welt aufzuwachen. Toll, was? Warum musste es denn gerade ich sein? Wie meinst du das? Ich frage mich das die ganze Zeit. Warum habe gerade ich überlebt? Von all den Leuten, die an diesem Tag dort waren. Und was würden Sie machen, wenn Sie hier an meiner Stelle wären? Verstehe ich gut. Hey, komm mal mit. Gerne, aber wieso? Erkläre ich dir unterwegs. Nee, wir können so mal wieder Säck steuern. Wow. Erstmal ins Bett hauen, oder? Kuna. Red ist in der Pubertät, ja. Der hat eine ziemlich schwere Marco-Vergiftung. Glaub nicht, dass er sich so schnell davon erholen wird. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Verstehe. Wenn er sich erstmal erholt hat, ist er aber bestimmt schnell wieder so aufgeblasen wie immer. Und prahlt überall damit, wie das bisschen Marco ihm nichts anhaben konnte. Das klingt aber gar nicht nach Cloud. Was? Der sucht immer nach einer Gelegenheit, sich aufzuspielen. Nicht, dass er es nötig hätte. Wir alle wussten, dass wir uns nicht mit ihm messen können. Sag mal, hast du schon mal darüber nachgedacht, auch als Alleskönner zu arbeiten? Als Alleskönner? Bedarf gibt es jedenfalls genug. Ich überleg's mir. Der kennt das auf jeden Fall alles von hier gar nicht. Hm. Clear Icicle. Sieh mal, hier. Hä? Was ist das denn? Die Zerstörung von Sektor 7 geht auf das Konto von Shinra. Wir lassen diese Schweine nicht ungestraft davon kommen. Setzt euch gegen ihre Tyrannei zur Wehr und tretet noch heute dem neuen Avalanche bei. Meldet euch auf dem Platz am Blumenduftpfad. Wow, das ist mutig. Nichts. Das sind ja die Neuen. Aber bemerkt Shinra diese Flyer denn nicht auch? Die verhaften doch jeden, der sich da sehen lässt. Damit hält Shinra sich gar nicht erst auf. Viel zu umständlich. Die knallen sie einfach ab. Ohne viel Skrupe. Ey. Na, dann ist es doch erst recht. Idiotisch, das weiß ich. Aber was Avalanche jetzt braucht, sind risikobereite Idioten. Warte, willst du da etwa hin? Obviers. Oh, Mann. Mann. Stimmt, da ist der Riss. Hast du schon mal über den Sinn deines Lebens nachgedacht? Über deine Aufgabe in der Welt? Ähm, ja, klar. Mach ich sogar ständig. Siehst nämlich nicht so aus. Früher nicht. Aber es ist viel passiert, seitdem ich Shinra beigetreten bin. Sehr viel. Verstehe ich. Seit ich aufgewacht bin, denke ich ständig darüber nach. Darüber, warum ich überhaupt hier bin. Shinra, schon jemanden, der das macht? Cloud natürlich. Hat er dir davon nichts erzählt? Habt euch wohl lange nicht gesehen. Seit wann kennst du Cloud? Äh, seit dem Vortag unserer ersten Mission. Wie lange ist das gleich her? Sorry. Mein Zeitgefühl ist... Oh, es wäre so spannend, das jetzt zu wissen. Echt? Geht mir genauso. Was hat das nur zu bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Ob unser Kind jemals das Licht der Welt erblicken wird? Ich weiß nicht. Wie gerne. Müsste nicht Zack eigentlich auch voll ausflippen wegen den Lawless-Plakaten? Wohl nicht. Mhm. Ich glaube, ich bin lieber die Nummer zwei oder drei. Das ist so viel einfacher. Aha. Freuen wir nicht alle zusammen. Ich bin besser, wenn zu entscheiden, wie man etwas macht, als zu entscheiden, ob man es macht. Ist doch gut. krass Choreo. Und nicht die Nummer eins. Na sicher, weil du gebraucht wirst, oder? Aber von wem? Du warst hier, äh, von diesen Viechern, die den Wind machen? Schon klar. Aber wer genau steckt dahinter? Das war immer so ein Ding, aber Genesis war vernarrt darin. Fair, ja. Ab jetzt ist mir alles egal. Noch arbeiten? Ha, ha, ha. Ey, Base. Noch arbeiten? Ich klau mir die Kohle einfach. Schlau. Sollten wir alle so machen. Und hier soll jetzt gleich das neue Avalanche sein. Das sind gleich Root und Elena. Oder das ist eine Falle von Shinra. Nicht eine Menschenseele. Na, wenigstens ist Shinra auch nicht aufgetaucht. Zeig dich! Kiri. Hä? Eine Freiwillige? Was? Das hättest du wohl gerne! Ich wollte nur mal sehen, was für Idioten sich von so einem dilettantischen Poster anziehen lassen. Aber wie es aussieht, habt ihr beide alle Interessenten verscheucht. Okay, ich bin dann mal weg! Das war dann wohl nicht mein Schicksal, oder? Dass ich überlebt habe. hatte also keine Bedeutung. Hab deine Zeit verschwindet. Hey, Bix! Lass uns irgendwas machen! Wer bestimmt denn bitte, dass die Welt endet? Das ist doch bescheuert! Warum tun denn alle so, als wäre alles schon verloren? Irgendwas muss es doch geben. Jetzt komm schon! Wir finden was! Nun ist nur die Frage was, oder? gerade habe ich noch keine Idee, aber einen Traum oder eine Hoffnung. Und wenn wir das finden, halten wir es ganz fest, okay? Wie fest? Na, so fest, wie du kannst! Bist ein guter Kerl. Ich denke drüber nach. Na, man sieht sich. Ich werde glaub mal besuchen. Schon bald. Klar! Und wehe, du findest nichts! Sollte auch zurück nach Hause. Ihr zu Hause. Ich verstehe diese Timeline überhaupt nicht. Kiris vergessenes Reisegepäck. Vielleicht wollte sie sich bei Avalanche bewerben. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass sie jetzt erwarten, dass ich diesen gelben Rucksack hätte erkennen sollen. wieder da. Willkommen zu Hallo, Zack! Hab Bix gefunden. Geht ihm gut. Wirklich? Kippie! Juhu! Wie süß! Und wo sind Papa und Tifa? Bei ihm? Sorry, danach hab ich gar nicht gefragt. About that. Och, Menno! Puh! Du, geh doch mal oben nach dem rechten Seen. Klar! Die haben uns einfach die Zunge rausgestreckt. Wie frech! Du triffst sie wieder. Wir sind alle auf dem Weg zum selben Ort. Und wann? Ich glaube, es dauert nicht mehr lange. Cloud just sitting there. Ich bin zurück. der Wind. Der Wind. Das bist doch du. Hallo. hat sie das gerade aus der anderen Timeline gespürt? Was? Huh? Und warum sind wir jetzt in Diablo 4? ist das alles wild? Ach so. Willkommen im Dorf meines spekulieren? Nee, 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 nee. Lass uns einfach einfach aufnehmen und nicht zu viel spekulieren. Dann spekuliere ich alleine. Stab der Weisheit. Stab der Weisheit? Oh. Das Spiel bekommt Nomura aufs Maul. Ist Nomura der gleiche Writer wie ähm Boah, der hat halt auch nur zwei Plätze für Materia, ne? Ebenfalls etwas ATB-Energie speichert. Machen halt ein bisschen mehr Attacke und magische Attacke. Ich weiß aber nicht, ob es das wert ist. Ehrlich gesagt glaube ich nicht. Ist Nomura der gleiche, der auch hinter Kingdom Hearts ist? Weil ganz viel, was man so sieht, erinnert mich voll an Kingdom Hearts. Ist das der gleiche Typ? Ja? Okay, gut. Das erklärt vieles. Das erklärt sehr vieles. J-Lix, thank you. Danke sehr für 37 Monate schon. Danke für dein Resub. Danke, danke, danke sehr. Willkommen zurück. Beziehungsweise immer noch Hallo. Danke für den Sport. Da sieht man aber halt auch einfach was, wie krass es ist, wenn man wirklich ein sehr gutes Storywriting hat. Das ist wirklich schon heftig. war schon länger nicht mehr. Ja, easy. Ist ja keine, keine, keine Pflicht. Schön, dich zu lesen. Den Konterschaden. TP Maximum. Ich habe 50 Phoenix-Federn, ja, für den Fall der Fälle. Tief hat 65 Waffenpunkte. Vielleicht sollten wir hier mal ein bisschen was freischalten. Das ist nett. Willst du den Phoenix wieder zusammenbasteln oder was? Was ist der Plan? Vielleicht ist das irgendwann eine Quest. Kingdom Hearts 4 wird bestimmt wieder so kompliziert, ich kann das alles nicht mehr. Das ist ja das Schlaue bei Kingdom Hearts. Ich verstehe nur die Hälfte, aber ey, voll coole Disney-Filme. Das reicht mir. Ich denke mir so, oh cool, Kufi. Ey, yo. Was gibt es hier oben? MP Maximum. Hm. Erstmal TP Maximum. Wurde schon mal irgendwas dazu gesagt, ob Kingdom Hearts 4 überhaupt irgendeinen Horizont schon hat, wann das mal kommen soll? Ich bin immer gewillt zu sagen, dass Kingdom Hearts 3 gar nicht so lange her ist, aber das ist schon voll lange her, ne? Ich will jetzt eigentlich gar nicht nachgucken. 2019. Alter, das sind auch schon fünf Jahre, ne? Ist das gruselig. Die Zeit ist, äh, fliegt. Vermutung 2526. Wäre krass. Wäre cool. Ich hoffe, mich daran zu erinnern, dass ich alt werde. Sorry. Tut mir leid. Ich will das doch auch nicht. Final Fantasy 7, Part 3, 27, 28. Ja, erstmal Part 2 hier durchspielen. Ja, mit Kashi spiele ich sowieso eigentlich nie. Dem habe ich, glaube ich, noch nie irgendwelche Punkte gegeben. Ich habe letztens wieder irgend so ein Bild gesehen. Ähm, das nächstes Jahr vielleicht schon. Ende. Irgendwann Resident Evil 10 kommen soll. Da freue ich mich ja auch drauf. Letzter Strohhalm. Nice. Da müssen wir durch. Stimmt, Resident Evil 9 gab es gar nicht, ne? Gab es Resident Evil 9? Ne. Vielleicht skippen die 9, weil 9 ist hässlich. Äh, ich habe nur so ein Bild gesehen mit so einer X. Also mit oder es heißt Resident Evil X? Ich hätte gedacht, dass das dann 10 heißt. Aber war auch irgendein Leak-Bild. Kann halt auch einfach gefotoshopped gewesen sein. Das klingt ziemlich furchtbar. Tut mir leid für euch. Diese Statue dient der Seele eines Gier als Gefälls. Schon zu lange lauscht niemand mehr ihrem Flehen. Ich bitte euch, leit ihr euer Ohr. Aber wer steigt noch durch, wie viele Resident Evil Teile es schon gibt? Nachdem 2, 3, 4 remaked worden ist, dann kommt 7, 8 Village. Ich bin raus. Wo ist das etwa? Sie können nicht sterben? Die sind unbesiegbar. Aber am Leben sind sie auch nicht, oder? Gefangen zwischen Leben und Tod ist doch schlimmer als zu sterben. Du weißt doch gar nicht, wie es ist, tot zu sein. Ich meine, du lebst ja nicht mal richtig, oder? Miau, ha 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 ha. Sitz wohl im gleichen Boot wie sie. Iki, Sehnen sich nach Materie. Ey, Juffi auch. Die rennt doch gleich in ihr Schicksal. Warum ist das Lila? Das Dorf der Gier. Die R kin Actssehäte. Die Neue sind die Hypers. Die Neue ist die Leitze. Die Neue ist die Leitze. Die Neue ist die Leitze. Das Dorf der Gier ist die Leitze. Die Neue ist die Leitze. Ist der eine jetzt schon, ach der eine ist schon tot. Ziemlich schwach, nicht übertreiben, hier kommt Barrett. Er ist tot. Er hat es gerade ein bisschen fies zurückgeschossen. Ich glaube, bei Eros es ziemlich gut ging. Okay, wir wurden verschleinert da oben. Resident Evil 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Remake 1, 2, 3, 4, Revelations 1, 2, Umbrella Chronicles, Darkseid Chronicles, Code Veronica. Ey, es ist cool. Was für eine Kirche sind wir jetzt? Es ist unser Schicksal, vom Landleben versperrt zu werden. Daher müssen wir uns selbst einen Weg zu unserer Erlösung bahnen. Mithilfe einer Materie? Die Materie wird die Niederlösung bringen. Oh ja. Da jetzt gleich wirkt hier der nächste Kampf ist, dann möchte ich tiefer in Cloud einmal heilen. Und ich will die gleich mal analysieren. Einst fielen die Gihass erfüllt in Cosmo Canyon ein, nun ist einer von ihnen dazu verdammt, als Geist in den Tiefen der Höhle umherzuirren, wo ihm nur seine Trauer und seine Zorn Gesellschaft leisten. Es kann durch Magieangriffe, die seine elementaren Schwächen ausnutzen, sowie durch Heilmagie schockanfällig gemacht werden. Solange ein Gehexer anwesend ist, kann er durch Seelenwanderung wiederbelebt werden. Okay und gegen alle ist Feuer gut. Das ist erstmal nicht schlecht. Weil wenn wir eins haben, dann ist es Feuer. Ja. Das muss das schon gewesen sein. Wie der da lang geflogen ist. Wui! TT, wöbw. TP-Boost hat die nächste Stufe erreicht. Der TT-Gamer Reden die jetzt aber Ich wollte gerade sagen Weil die ultimative Materia ist ja auch immer noch das Ding von Scarlet und Shinra Dass sie die erschaffen wollen Mithilfe der Amas Das ist echt als ob man bei dem Spiel dauerhaft Klausur schreibt Man muss irgendwie alles im Kopf behalten Weil jede noch so kleine Sache irgendwie Am Ende noch wichtig ist Endkampf ist ein Trivia-Quiz Wie bei Banjo-Kazooie damals Einfach Opernsänger Nice Haben wir noch irgendwas was richtig dick Erfahrung bringt Was wir herstellen können Schön die Synthese-Schufe nach oben bringen Und sowieso mal Sachen herstellen Und das mache ich so selten Dass wir immer voll viele Sachen nicht mitnehmen können Weil das einfach voll ist Bei mir Mega Spray Das heilt 1500 bei allen Das ist krass Kommen wir noch irgendwie auf Stufe 12 Tatsächlich Wie hoch geht diese Synthese-Stufe? Auf jeden Fall mindestens auf 13 Gut, aber dafür fehlen uns jetzt die ersten Sachen Und wir haben gerade Sachen bekommen Die wir möglicherweise hier austauschen sollten Welchen hat er gerade? Da wäre eine Materia weniger Da könnten wir sogar zwei Materia noch hinzupacken Aber die magische Abwehr geht ziemlich runter Das ist es alles nicht so wirklich Erhöht die Stärke um 10 Ah, die Magie geht dafür zu sehr runter Erhöht die Magie um 10 Hier, dafür ist der da Okay Oh, weia Dann ist ja eigentlich voll nett, dass die uns umbringen wollen Da sie den Planeten nicht verlassen können Könnte es sein Dass sie ihn selbst auslöschen Sollte die Materia Nicht jemand haben, der so zuverlässig ist wie ich Und gut auf sie aufpasst? Ich glaube, aus der Sache halten wir uns alle lieber raus Dafür ist es zu spät Will er uns um irgendwas bitten? Die Sehnsucht unseres Volkes Hat die einst undefeckte Materia Unwiederbundlich schwarze Färm wie die Nacht Schwarz, ho? Hat die einst undefeckte Materia Unwiederbundlich schwarze Färm wie die Nacht Die Sehnsucht unseres Volkes Hat die einst undefeckte Materia Unwiederbundlich schwarze Färm wie die Nacht Oh, oh I'm just saying Aerith hatte die weiße Materia Wir haben keine Wahl Wir brauchen diese Materia Ihm können wir sie nicht überlassen Ich weiß nicht, ob wir ihn täuschen können Aber versuchen wir es Ich finde der Hintergrund Sound Klang gerade kurz wie von Oggi und die Kakerlaken der Theme Song Uuh nuh 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 assembly Hahaha Der nächste Hexer. Weil die Hexer können wiederbeleben und das wollen wir auf gar keinen Fall zulassen. Erstmal den da hinten kurz umhauen. Jetzt wo man weiß, dass Feuer gegen die Gute ist, sind die halt so easy. Klar kostet auch alles seine MP, aber... Diejenigen, die nicht aus dem Lebenssturm geboren wurden, können auch nicht in ihn zurückkehren. Und so wandern unsere Seelen umher. Auf der Suche nach einer letzten Ruhestätte. Verdammt zu einem Dasein in Rastlosigkeit. Nicht mehr am Leben, aber auch nicht imstande zu stärken. Unser einziger Wunsch ist es, endlich von diesem grausamen Schicksal erlösen zu werden. Altar des Schatzes. Boah, aber diese ganze Area hier geht gerade schon ziemlich hart. Ich feiere die sehr. Am Ende einer Ewigkeit erhöhte die Materie endlich unseren Wunsch. Sie wurde zu einem Hoffnungsschimmer, der die lang ersehnte Erlösung versprach. Wir jubelten. Wir waren glücklich, dass unsere Gebete nicht umsonst gewesen waren. Doch dann drangen die Zetra in unser Land ein. Und kaltblütig entrissen sie uns die schwarze Materia. Und deswegen flehen wir euch an. Bringt unseren Schatz zurück. Bitte. Die schwarze Materia ist von größter Bedeutung für mein Volk. Wir ruhen nicht, bis sie wieder in unserem Besitz ist. Das haben wir geschworen. Und sollte eine Nachkommende Zetra bereit sein, uns zu helfen, könnte das unserem langgehegten Hass ein Ende bereiten. Wo ist sie? Es heißt, dass die schwarze Materia im Tempel des alten Volkes versteckt sei. Altes Volk, Zetra, Tempel. Sag dir nichts. Also, doch, du sag mir was. Vergib mir meine Zweifel. Aber kann ich dir wirklich trauen? Junge, er redet mit einer Katze. Hey, du. Ich sag vorher, was die Zukunft bringt. Und das Misttrauen mache ich Vertrauen. Du kannst ihm ruhig vertrauen. Versprochen. Es scheint, dass uns keine Zeit mehr bleibt. Beeilt euch. Bringt die schwarze Materia zurück. Ich wünsche euch viel Glück, Kinder des Planeten. Immer wenn das so super hell wird, sehe ich, wie dreckig mein Bildschirm ist. Kennt ihr das? Ganz schlimm. Besonders, da links ist voll der Fleck. Los, gehen wir nach oben. So. Besser. Kannst du nochmal kurz hell werden? Damit ich die Flecken sehe. Ah, perfekt, danke. Ja. Okay. Ich guck, ich guck nochmal kurz hier. Ja. Top. Sehr gut. Ja, sieht schon besser aus. Da ist noch ein bisschen was. Das klingt so, als wäre mein Bildschirm so komplett überverdreckt. Das ist aber gar nicht. So. Tipptopp. Jodee. Putz-Stream. Bitte. Meister Bugenhagen wird hoch erfreut sein. Ich bringe euch zu ihm. Folgt mir. Ich würde es nicht sagen, während wir noch in ihrem Dings sind. Also ist es eine mächtige Materia. Eine vielleicht zu mächtige Materia. Die können wir ihm nicht einfach so überlassen. Und ihm auch nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Ich, äh, also, ich würde nicht sagen, dass ich davon weiß. Ich habe eine Vermutung. Hä? Ich habe mal entsprechende Informationen in Firmenunterlagen gelesen. An einem Shinra-Terminal sollten wir mehr herausfinden. Gibt es so eins in Cosmo Canyon? Ich glaube schon. Am besten fragen wir Boogie mal danach. Boogie? Hier gibt es ein Shinra-Terminal? Mhm. Boogie, der Clown? Ich bin zurück. Denn Sterne sei Dank. Was für ein Glück. Jetzt mach dir doch nicht immer so viele Sorgen, Opa. Ich bin immerhin der Sohn des großen Kriegers Seto. Boogie? Stimmt. Ich habe eine Frage. Im Tal müsste es ein Terminal geben, das an das Netzwerk von Shinra angeschlossen ist. Nur wo? Oho. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Ein Terminal gab es. Überaus interessant vom Standpunkt der Technik. Es hat mich sehr fasziniert. Er hat es weggeschmissen. Und deshalb habe ich es auseinandergenommen. Und es zu einem Generator umgebaut, der uns seitdem in Strom versorgt. Miau. Kennst du den Tempel des alten Volkes? Ich verstehe nicht ganz. Die Zetra haben keinen Gott, den sie anbeten. Warum sollten sie also einen Tempel errichtet haben? Ein Ort zum Chillen? Gute Frage. Aber es gibt zahlreiche Legenden. Über ein Bauwerk der Zetra. Ein Bauwerk, dem ein Mensch, ignorant der Lebensweise der Zetra gegenüber, die Bezeichnung Tempel verpasst haben könnte. Du bist der beste Opa. Ho, ho, ho. Allerdings ist mir der genaue Ort unbekannt. Na klar. Und die Zetra hat damals ein grausames Schicksal ereilt. Es könnte passieren, dass ihr dort nicht mit offenen Armen empfangen werdet. Wollt ihr es wagen? Bereitet euch gut vor. Schaut, horcht und fühlt. Saugt all das Wissen im Tempel auf, das es in Büchern nicht gibt. Und wenn ihr zurück seid, berichtet mir doch, was ihr gelernt habt. Meister Bugenhagen, was ist? Ich habe zu tun. Aber der Mann in dem schwarzen Umhang ist zurück. Was sollen wir tun? Oh je, ein Bekannter von euch? Ein Bekannter. Wo ist er jetzt? Er ist am Eingang zum Tal. Sehen wir nach, Claude. Ja. Du kannst nun den Schnellreiseservice innerhalb Cosmo Canyons für Schüler der Planetenkunde nutzen. Sprich dafür einfach einen Mentor an. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Wohin soll es gehen? Yo. Ich wusste nicht, dass das hier so groß ist. Nanaki. Ist doch alles in Ordnung mit ihm? Ja. Er ist nur etwas geschwächt. Man sieht immer mehr von ihnen hier. Auf den ersten Blick könnte man meinen, es wäre bloß eine Mako-Vergiftung. Nibelheim. Nibelheim. Nibelheim ist doch... Das Dorf, aus dem wir kommen. Wir gehen zurück nach Nibelheim. Entspannt. Das ist ja... Versuchen wir es. Na dann mal zurück zum Flugplatz. Aber das bedeutet, wir haben den Arc hier jetzt abgeschlossen? Claude. Ich konnte ganz in der Nähe eine Protosubstanz orten. Allerdings ist das Signal nur schwach. Bagger, 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 Bagger. Es geht los. Roin. All right. Ich würde sagen, wir haben sehr viel Hauptquests bisher gemacht. Was so viel bedeutet wie... Wir machen jetzt noch die Protosubstanz und die Nebenquests hier. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Wohin soll es gehen? Halleluja. Hast du schon von den Vorfällen am Avalanche gehört? Beobachter des Himmels. Es gibt Meldungen, dass der Vorbote des Unheils in der Umgebung des Tals gesichtet wurde. Deshalb bitte ich um Unterstützung bei der Observation der Sternenschauer. Okay. Eigentlich wollte ich mal wieder raus, um Feldforschung zu betreiben. Kann mich aber beim besten Willen nicht daran erinnern, wo ich die Utensilien hingelegt habe. Kann mir jemand beim Suchen helfen? Klaro. Wo haben wir hier denn Nebenquests? Die werden ja wohl auch dann... Somewhere hier sein, oder? Wohin soll es gehen? So eine höllische Scheiße Pizza vor ihm stehen zu haben, ist so eine Folter. Boah, aber es dauert nicht mehr lang. Und dann hast du eine höllisch geile Pizza vor dir. Die du dann auch noch essen kannst. Ey, yo. Dann töten wir den. Es ist nicht das erste Mal, dass ein solcher Vorbote beobachtet wird. Miese Hörbuchstimme hat der Mann. Danke. Doch bis zum heutigen Tag hat unser Planet noch jedwedes Unwill abwenden können, das ihm und damit auch uns droht. Dieses kosmische Himmelsereignis, das ihr hier auf den Bildern erkennen könnt, ist Zeugnis des Sieges des Planeten über das Unheil. Ist die Gefahr gebannt, regnet ein Sternenschauer auf die Erde, Herr Nieder. So hell, dass ein Strahl in unserer Tage zu sehen ist. Ich kann nichts erkennen. In der Tat. Ich muss dazu sagen, dass diese Bilder nicht hier, sondern an weit entfernten Orten aufgenommen wurden. Denkbar wäre daher auch, dass der Sternenschauer bereits woanders in unserem Tal niedergegangen und mittlerweile erloschen ist. Machen wir uns auf die Suche? Du gibst doch eh keine Ruhe, bis wir gehen, oder? Oh, das würdet ihr für uns tun? Ihr würdet uns damit einen großen Dienst erweisen. So damit. Jener Vorbote des Unheils wurde an drei verschiedenen Orten geschickt. Okay. Es ist anzunehmen, dass auch der Sternenschauer dort in der Nähe herniedergehen wird. Hier, nehmt diese Referenzunterlagen und ein Aufzeichnungsgerät mit euch. Die Orte, an denen der Vorbote gesicht wurde, können nun auf der Navi-Karte eingesehen werden. Fand der Sternenschauer in gleicher Weise ein und bringt uns dann die frohe Kunde. Wir haben eine Polaroid-Kamera. Fotografiert Barrett's Hintern. Los. Los. Foto der Sternenschauer und Bugenhagen. Kommen wir hier zu dem? Klar, Liz ist immer nur hier zum Hate-Watchen. War schon immer so. Kommt hier rein. Backseat-Game bei Ocarina of Time. Ist stinkig. Klar. Boah. Wie kann Cloud eigentlich ganz normal rumstehen und er sieht einfach unfassbar Kanti aus? Das macht's. Nicht weniger Kanti, Cloud. Hey, yo. Oh, he's serving. Das fühlt sich an wie gestern. So nämlich. Ocarina of Time braucht auch nochmal ein Replay. So ein 100% Ding. Von Anfang bis Ende. Aber ist ja nicht so, als hätten wir momentan nicht viel zu viele Spiele. Lass nochmal anfangen. Noch ein neues. Ab geht die Fahrt. Und ich muss noch mal ein neues Wasser. Und ich muss nur eben kurz neues Wasser. Ja, aber... Ja, aber... Das können wir doch für dich machen. Du solltest nicht mehr irgendwo allein rumlaufen, Opa. Und ich muss doch sehr bitten. Und ich bin so fit wie lange nicht mehr. Ich fand wieder der erste Randomizer. Also, wir haben uns bald. Genau, gut. Ihr dürft mir helfen. Gut. Was sollen wir tun? Oh, oh, oh. Es gibt da etwas, das Weg sehr beschäftigt. Erzähl Opa. Ich habe mich verfasst, als ich früher einmal die hiesigen Lebensquellen untersuchte. Mhm. Sieht ungewöhnlich aus. In der Tat. Der Lebensstrom ist in ständiger Bewegung, stets im Wandel. Aus eben diesem Grund entlädt sich seine Energie auch immer an wechselnden Orten. Allerdings hat unsere Forschungsgruppe jüngst etwas sehr besorgniserregendes entstanden. Ich dachte, das ist kaputt. Okay. Ist wohl wieder repariert. Suche mit Hilfe von Bugenhagens Zeichnung im Lebensquellen Forschungsbericht Nummer 1 nach den vertrockneten Lebensquellen. Okay. Was ist das hier? Das war der zweite Parcours. Sternengrotte. Warum glaube ich, dass die Sternengrotte nicht wirklich oben ist? Habe ich mich erschrocken? Oder sind wir tatsächlich hier auf der Höhe, wo wir hin müssen? Oh? Oh? That looks splendid. Parcours Nummer 2. Sag mal, Shani, eigentlich willst du doch wieder auf Apony reiten, oder? Warum? Ich reite nie mehr. Nie mehr. Ich bin schon auf Apony geritten, bevor ich laufen konnte. Wir waren so ein eingespieltes Gespann. Nie hatte es auch nur den kleinsten Unfall gegeben. Ich war schuld, dass es bei einem Rennen zu einem folgenschweren Unfall kam. So schmerzhaft es ohnehin schon war. Das hätte auch noch deutlich schlimmer ausgehen können. Schade. Wenn ich nur daran denke, wird mir ganz anders. Was willst du wissen? Nichts. Moin, Forbi. Was geht? Forbi, wir haben so gut wie... Also, ich weiß nicht, wie lange das Chapter noch geht. Aber das nächste, was wir tun müssen, ist nach Nibelheim fliegen. Ich bin schockiert. Und habe auch Angst. Und wir waren unten im Gebirge bei Diablo 4. Es war verrückt. War wild komplett. Auch endlich eine Backstory zu haben zu Red, beziehungsweise Nanaki, ist halt ultra cool. Ach, nö. Muss man hier so krasse Flüge machen, oder wie? Hier hohe Punktzahlen... Punktzahlen zu holen, wird äh, schlimm. Glaub ich. Ja. Nein! Ich bin zu tief! Und das ist halt das Blöde, ne? Man hat ja keine Checkpoints und dadurch, dass du so arschlangsam fliegst, musst du den ganzen Parcours immer wieder von vorne machen. Das wird nicht super. Und das Yuffie, das fliegt, ist noch viel schlimmer. An diesem Parcours macht nichts Spaß. Es ist langsam, es ist Yuffie. Let it end. Warum so ein Yuffie-Hater? War ich die ganze Zeit nicht. Ich war die ganze Zeit immer voll fein damit und fand es richtig cool, so einen quirky Charakter in a way zu haben. Aber in diesem Chapter hat Yuffie alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Sie ist so ätzend geworden. Das war not cool. Mach doch jetzt nicht so. Wir sind alle so gut. Und jetzt gleich wieder straight up einfach runterfallen. Come on, come on, come on, come on, come on. Tadaaa! Yippie! Schön. Es geht nicht besser. Wir haben alles eingesammelt, was es gibt. Aponi, du fliegst jetzt bis nach Nibelheim. Ich habe keinen Bock auf einen Flieger. Du machst das jetzt. Ja, ja, tut mir ja leid. Komm schon, wir müssen hier hinterher. Begib dich zum nächsten Parcours. Wo ist er denn? Auf zum dritten Parcours? War das davor der zweite Parcours dann? Okay, dann gibt es vier Parcours, Parcouranten. Aber der dritte Parcours ist bei dem ersten Parcours. War das hier nicht ein Parcours? Nee, der Parcours war ja woanders. Nicht hier. Quatschi. Moin. Wieso lauft ihr mir ständig hinterher? Ich werde nie mehr auf Aponi reiten. Begreif das doch. Boah, guck mal, der ist traurig. Aponi. Es geht leider nicht mehr. Und ob es geht? Genug im Selbstmitleid gebadet. Ich zeig dir jetzt, was alles in Aponi steckt. Pass mal gut an. Wenn Jofi redet, mach ich jetzt ab sofort den Sound aus. Es reicht. Ich kann das nicht mehr. Ciao. Okay, wann muss ich starten, damit das zeitlich hinhaut? Instant? Nee. Definitiv nicht instant. Wenn die ganz außen sind vielleicht? Das wird super. Bisschen zu spät? Ja. Sehr gut. Das sieht sehr nach Sturzflug aus. Ich will immer zu schnell wieder auf die normale Ebene. Das macht mich sauer. Dass ich nicht gecheckt kriege, wie das mit dem Sturzflug ist. Rrrr. Ich dachte, das war zu knapp. Aber dieser Parcours noch. Der nächste Parcours. Und wir haben es. Dann wurde genug parcourt. Ich habe die ganze Zeit Michael Scott im Kopf. Wie er Parcours sagt. Parcours. Ich höre dich auch leider gerade fast nicht. Ich bin wieder zu tief. Du kommst einfach hier rein und zeigst dieses Gerät. Die ist größer als Jemmigs Kopf. Und ich habe schon riesigen Schädel. Und das war die kleinste. Die waren alle so groß heute im Rebe. Was ist das? Boah. Große Süßkartoffel. Ja, verständlich. Sollte man teilen. Danke sehr. Die Anna kommt hier einfach rein und zeigt einen Digimon. Irre. Es ist was, was man so in so einem Indie-RPG besiegen muss. Bekämpfe diese Süßkartoffel. Dann sieht die so aus. Könnte so ein Gegner sein von Mother. Junge, wie muss man denn hier fliegen? Wo hin? Ich bin zu tief Ich bin zu tief Ich raste aus Ich esse meine Füße Halt die Schnauze Ach das war Oh das war aber die ganze Okay das ist das letzte Ich glaube wir haben jetzt gerade Die Story übersprungen Ob die wieder auf Aponi reitet Aber naja Jog war Ich hatte so keinen Bock Mit Jofi zu reden Hoffentlich haben sie sich wieder vereint Ich drücke ihnen die Daumen Ich hoffe ihnen geht's gut Hopp Ja Jappu Digger der schlechteste Flieger aller Zeiten. Strapazier nicht meine Nerven. Den Flugschein habe ich gekauft, tatsächlich. Den wollte mir niemand ausstellen. Ich glaube ehrlich gesagt, so ein Sinkflug muss man einfach immer volle Pulle machen. Ich will einfach mal früher bremsen, weil ich denke ich muss, aber ich glaube es ist falsch. Gehen wir volle Pulle nach oben. Das war doch schon jetzt gar nicht so schlecht. So. Wie soll man den denn noch schaffen? Wie soll man den denn noch schaffen? Ehrlich gesagt, das ist mir scheißegal. Es ist mir egal. Es ist mir egal. Ich habe keine Lust hier meine Lebensenergie reinzustecken. Es ist mir egal. Was ein Quatsch. Was kriegt man davon nochmal? Materia Ohrringe. Ich habe das gemacht für Ohrringe. Ist das... Ich glaube das ist da hinten. Nein, es ist unten. Oder? Es ist gefühlt da oben drauf. Was genau mussten wir eigentlich tun? Es gibt einen Baum. Dann gibt es einen Weg. So die geilen Jump King. Ja. So, was machen wir in der Notiz? Einen Baum fotografieren jetzt? Oder... Öh. Eis. Ein großer Gliederfüßer, der in trockenen Gebieten anzutreffen ist. Ein furchteinflößender Schwanz und seine Scheren verleihen ihm eine unheilvolle Gestalt, weshalb er als Vorbot großen Urteils gefürchtet wird. Eis-elementare Angriffe machen ihn schockanfällig. Während der Schockanfälligkeit ist er empfindlicher gegen physische Attacken und widerstandsfähiger gegen magische Attacken. Wird er noch mit Feuer angegriffen, kann er sich nicht mehr verteidigen. So, Datei zu machen erstmal... Eis. Das war dem ziemlich egal gerade, glaube ich. Das war ja auch. So... Also... Dann kann er zufälliger Weise genau in der Sekunde... Ach... ... ... ... So... Euhm... Feuer war jetzt noch noch das andere, ne? Ja. direkt eis wieder hinterher und direkt vorher wieder drauf können gleich sogar eine synchrofertigkeit machen Stufe 40 die Sternschauer Mach mithilfe der Sternschaueraufzeichnung Fotos dieser besonderen Naturphänomene die im Original im Aufbau gleichen damit die Fotos den Gelehrten bei ihrer Forschung nützen ist eine Übereinstimmung von mindestens 80% nötig ok es muss das muss mit drauf sein und da hinten ist auf jeden Fall weit zurück warte das soll boah die Kamera ist gerade so wie bei dem Minispiel bei Ocarina of Time Randomizer weil der Stick nur so hardcore da reingeht wie soll man da denn auf 80% kommen ich bin glaube ich zu weit weg doch boah ist das behämmert allein dass man nur so hardcore dingsen kann also rechts links ohne irgendwie so langsam oh schlimm ach stimmt wir können ja auch noch zoomen das habe ich noch gar nicht gemacht da war es und Arif steht da unten perfekt ja da bin ich zufrieden so da ist der nächste Schauer aber sind dann da immer solche Vorboten oh ja boah Gottes Willen gerade aus Versehen fast geplatzt x100 Dank sehr ach stimmt Protosubstanzen ihr seid nun ganz in der Nähe interessant dieser Ort gehört doch zu den Ruinen von Cosmo Canyon wer seid ihr denn jetzt Polk ach das sind die von der Nach-Dings von der Avalanche wie schön dass du es geschafft hast mich kriegt nicht so schnell klein witzig das glaub ich gern das glaub ich gern und wo ist Zonon hey ihr da die Splittergruppe oh richtig darf ich vorstellen die Mitglieder der Hauptgruppe von Avalanche die mir in Midgar sehr geholfen haben und die Splittergruppe die dürftet ihr ja kennen ihr wart doch auch im Shinra Gebäude oder habt ihr da vielleicht auch Wedge gesehen jeder noch so kleine Hinweis würde schon helfen bitte es tut mir leid Wedge ist verstehe ich will es trotzdem hören wir haben den Plattenabsturz zwar überlebt aber was wir dort gesehen haben wird uns wohl nie wieder loslassen so viel Zerstörung der Schock sitzt immer noch tief all das Leid und die Trauer der Menschen sind kaum in Worte zu fassen wir waren wie gelähmt doch dann startete die Hauptgruppe einen Aufruf so erfuhren wir dass Shinra selbst hinter all dem steckte es hieß dass wir jetzt ihre Zentrale besetzen müssten damit so etwas nie wieder geschehen würde wir sollten zu den Waffen greifen gemeinsam könnten wir es schaffen haben sie gesagt wir hatten das Gefühl dass es keinen anderen Weg gab wir mussten es tun und und ich saßen im gleichen Fahrzeug wir dringen über die Tiefgarage in das Gebäude ein wir besetzen jede Etage und schließen dann zu den anderen auf die Lucia-Einheit antwortet nicht mehr sie haben es bestimmt nicht geschafft keine Mutmassen kontaktiere sofort Kommandant Matt jawohl ich bin das ist Modern Warfare 3 ja wir müssen gleich eine AC-130 steuern steuern aus dem siebten Himmel hier reiß kräftig rein das tut echt gut danke lieb ganz ruhig unser Ziel war es den Direktor auszuschalten sieht der Hauptgruppe von Avalanche gar nicht ähnlich oder aber in diesem Moment waren wir zu allem bereit komm nicht schlapp machen wir müssen weiter tut tut mir echt leid dort ist das Büro des Direktors was macht Horst Lichter da oder viel weiter sind wir nicht gekommen um Alter! Junge! Das war ganz schön Graphic! Die Seele von ihm ist hier! Beziehungsweise im Lebensstrom! Habt ihr mir auch gerade gehört? Das war doch Wedge! Barret, die Seelen der Verstorbenen werden einst mit dem Lebensstrom. Sie können nicht mehr sprechen. War das nicht vielleicht nur der Wind? Ach, was weiß ich. Dieser Ort hier wurde einst für den Lebensstrom errichtet. Als Zeichen der Dankbarkeit. Vieles wurde zerstört, doch wir sind hier, um bei der Restauration der Ruinen zu helfen. So können wir wenigstens etwas tun für all diejenigen, die zum Planeten zurückgekehrt sind. Das würde ich auch gern. Vielleicht gibt es ja etwas, wobei wir helfen können. Können wir uns irgendwie nützlich machen? Ihr könntet die Quellen des Planeten wieder instand setzen. Das sind die Dinger, die wir schon gesehen haben. Und versorgt die ganze Gegend hier mit Energie. Doch Störungen an den Quellen führen zu einer extrem hohen Makro-Konzentration. Daher können wir die Ruinen nicht betreten. Also, wollten wir einen Roboter einsetzen, um ins Innere zu gelangen. Wer ist er denn? Hat er sich dieses Modell hier hoffnungslos veraltet? Wir haben wirklich keine Ahnung, wie das Teil funktioniert. Ja, Chatli kriegt doch Sinn. Vielleicht kann ich euch helfen. Mit Robotern kenne ich mich nämlich zufällig bestens aus. Hauptsache, der hat sich den sofort zu seinem Namen gemacht. Ihr könnt ihm gern Anweisungen geben. Probiert es doch ruhig mal aus. Bei der Gambit-Schlacht geht es um Roboter zu untersuchen, der Quellen des Planeten zu programmieren, indem du ihnen im Voraus Befehle für Gambits und Aktionen gibst. Können sie erst mit Ungeheuern aufnehmen und zu den Quellen des Planeten vordringen, die repariert werden müssen. Erledige alle noch übrigen gebliebenen Bestien und setze die Quellen des Planeten instand. Was ist das denn schon wieder für ein neues Game? Die Protosubstanzen sind echt immer so kleine Minigames. Das wird dir gefallen. Also ich sehe oben alleine Blitzfeuer-Eis und es sieht einfach gefühlt aus wie Fort Condor. Bisher gefällt mir gar nichts. Bei der Gambit-Schlacht werden drei Roboter... Hey mate, how are you doing? Hallo Maris. Ähm... Hi. Oh, ich hoffe wir kriegen gleich ein Angebot für Follower zu kaufen. Äh... Bei der Gambit-Schlacht werden drei Roboter ausgeschickt, um gegen Ungeheuer zu kämpfen. Du kannst ihnen im Voraus Gambits und Aktionen einprogrammieren. Dabei bestimmen die Gambits das Ziel und die Aktion die auszuführende Handlung. Beim ersten Mal sollst du Shaddle die Programmierung überlassen. Aber das muss man dann machen, bevor es überhaupt irgendwie losgeht? Roboter entsenden, Portalfertigkeit analysieren. Aha. Die drei Roboter werden jeweils aus einem der drei Portale auftauchen. Und sich dann der vorgegebenen Kampflinie entsprechend in Richtung des Anführers der Ungeheuer begeben. Mit X kannst du die Gambits und Aktionen der Roboter im Taktikmodus überprüfen. Über der TP-Leiste der Gegner werden Symbole wie Blitz oder Feuer angezeigt, die Auskunft über ihre elementare Schwäche geben. Effektiv gegen Gegner mit Schwäche gegen Eis. Schwäche gegen Feuer. Schwäche gegen Blitz. Aber da sollte ich dann jetzt wen einsetzen, der ja Blitz hat. Nachdem du einen Roboter entsendet hast, kannst du einige Zeit später den nächsten in die Schlacht schicken. Links unten am Bildschirm siehst du die ATB-Leiste. Ist sie bis zu einem gewissen Punkt aufgeladen, kannst du sie verbrauchen und einen neuen Roboter entsenden. Die benötigte ATB-Menge variiert je nach einprogrammierten Gambits und Aktionen. Entsende einen neuen Roboter, sobald die ATB-Leiste entsprechend aufgeladen ist. Drücke Viereck, um mehr herauszufinden. Okay. Das klingt, als ob die ersten zwei Runden wieder cool werden. Danke sehr fürs Bun, Fabi. I'm sending you a friend request on Discord. Perhaps you have closed it earlier. Kommen jetzt die Onlyfans-Bots auch schon in den Stream? Ist ja crazy. Ich glaube, ich habe auch einfach noch keine French Request bekommen. Ich wurde einfach angelogen. Ja, zurecht geblockt. Sehr gut. Alles gut. French Request. Oui. Oui, oui. Da haben wir jetzt Feuer. Das heißt, wir setzen mir ein Bit Feuer ein. Um das Portal zu ändern, aus dem die Roboter auftauchen. Deine Gegner werden sich vorgeben in den Kampflinien entsprechend Richtung der Portale bewegen. Bereits die Zerstörung eines einzigen Portals bedeutet eine Niederlage für dich. Auch ein Portal. Und alle drei teilen sich eine TP-Leiste. Ich weiß jetzt schon, dass das schlimm wird. Zu 100%. Am Anfang denke ich mir jetzt wieder, das macht doch ziemlich Bock. Das ist ein cooler Modus. Ja. Dann kommen wir ans Ende und ich denke mir, ich möchte sterben. Mit drei kannst du spezielle Portal-Fertigkeiten einsetzen. Aktiviere sie mit X im Wirkungsbereich. Jede Fertigkeit kann nur einmal pro Schlacht eingesetzt werden. Damit können wir heilen und extrem hohen Schaden einsetzen. Ja, machen wir das doch mal, oder? Boom. Geht das hier alles schneller vorbei. Aber was ist denn, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auch einen Roboter losschicke? Der so von hinten drauf geht. Einige Gegnertypen setzen unter bestimmten Bedingungen fortgeschrittene Aktionen ein. Derartige Gegner sind dann im Symbol zu erkennen. Analysiere, um zu erfahren... Also ich find's cool, dass die so komplett tiefgründige Minispiele da eingebaut haben. Aber ey, das sieht aus, als ob ich grad in der Arkad-Halle bin und nichts verstehe. Es sieht aus, als ob ich gleich Dance Dance Revolution spielen muss. Oh Gott! So, der macht jetzt einen gigantischen Klatscher, weil da waren fünf Gegner. Und weißt du was? Jetzt kommt noch ein Sechster. Die Roboter können sich nur noch eine gewisse Zeit lang bewegen, wenn du es nicht schaffst in der vorgegebenen Zeit. Das wird auch wieder ein Ding sein. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir diesen Modus auf easy durchspielen werden. Wer weiß, vielleicht schaffe ich noch nicht mal den Anfangsmodus hier jetzt. Wir werden sehen. Hallo? Ich fand den selbst auf easy irgendwie ziemlich schwer. Oh Gott. Aber hey, Freunde, ich hab den jetzt ja on stream gesehen. Ich mach das dann mal fertig. Bald. Ist der hier Blitz? Ja, ne? Weil jetzt gerade muss ich noch sagen. Ah, guck mal, weil die Portale regenerieren sich anscheinend auch wieder. Ja, wer hätte ahnen können, dass hier jetzt einer mit Eis kommt. Muss ich auf der Lane sein, damit die nach vorne laufen? Ich weiß gar nicht. Weil die stehen so blöd auch manchmal einfach rum. Aber hey, wir haben das erste Ding geschafft. Tipptopp. Schade, dass die anderen das nicht sehen konnten. Vielleicht haben sie es ja. So. Was ist das denn? Ja, wahrscheinlich formen die irgendwo ein X und da ist dann der Eingang zur Ruine. Oder so. Ja, komm, wir versuchen das jetzt zu machen. Ah, von mir aus. Wenn der Planet Hilfe braucht, werde ich bestimmt nicht rumstecken können. Nur weil ihr von der Hauptgruppe seid. Ich brauche noch zwei Nebenquests zu erledigen. Also. Easy. Hier oben war das jetzt, ne? Ja. Wenn es gleich alles zu bunt wird, können wir das auch machen. The Man. Mehr konnte ich nicht herausfinden. Bitte hier einmal mit ihren Würzel unterschreiben. Davon habe ich auch schon mal gehört. Ja, man. Könnte es sich um die Gie handeln? Tobi, danke für 85 Monate, man. Kurs, kurs, kurs. Doch die elektrische Schwingungen könnten auch auf etwas anderes hinweisen. Möglicherweise wurden diese Ruinen einst erbaut, um eine Protosubstanz zu versiegeln. So meine Theorie. Einmal mit den Würzeln unterschreiben. Dann müssen wir sie erst wieder etwas herrichten. Ich bin sicher, dass uns der Planet den Weg zur Protosubstanz aufzeigen wird. 85 Monate, Alter. Das sind locker zwei Jahre. Äh, unterstellt das mal nicht. Sind vielleicht sogar mehr als zwei Jahre. Äh, easy. Bitte. Sag Walla. Okay. Walla. Wetten das jetzt auf easy wieder so, dass die ATB-Leiste dauerhaft voll ist. Und man dauerhaft entsenden kann. Du kannst deine Roboter nun mit Gambits und Aktionen ausrüsten. Dabei bestimmen die Gambits das Ziel und die Aktion, die auszuführende Handlung. Aha. Mit L2 oder R2 kannst du die verschiedenen Portalfertigkeiten auswählen. Informationen über deine Gegner helfen, die dabei deine Roboter passen zum bevorstehenden Kampf zu programmieren. Plötzlich Double Time. Dir stehen auch empfohlene KI-Sets zur Verfügung. Je weiter Chatley mit seinen Forschungen vorankommt, desto mehr Gambits und Aktionen stehen dir zur Verfügung. Okay. Führt eine starke Attacke aus, wenn mehrere Roboter in einer Reihe entsendet werden oder gleichzeitig einen Angriff starten. Analysiere die auftauchenden Puddinge und vermeide so, dass du aus Versehen ihre mächtigen Angriffe auslöst. Okay. Jeder Roboter hat mehrere KI-Slots in die Gambits oder Aktionen programmiert werden können. Im Kampf arbeiten Roboter ihre Befehls-Slots von oben nach unten ab. Gambits legen fest, ob der Roboter auf einen Gegner, einen Verbündeten oder sich selbst zielt. Das Element sowie die aktuellen TP des Ziels spielen unter Umständen ebenfalls eine Rolle. Aktionen erlauben dem Roboter verschiedene Handlungen auszuführen, wie zum Beispiel Verbündete zu heilen oder zu stärken, die eigene TP zu erhöhen oder die elementaren Schwäche eines Gegners auszunutzen. Freunde, ich sag's euch, wie es ist. Ich mach mir jetzt schon einen Guide dafür auf. Weil das... Ey. Ja! Ja! Wahrscheinlich... Ja! Pfff! Bruder! Das ist halt wirklich reinprogrammieren. Wenn Verbündeter unter dem Dingsbums, wenn selbst, dann mach dies, jenes, das... Pfff! Ne. Äh, wie heißt das... Einen Proto-Guide. Proto-Relic. Best Loadout. For one and two. Either stick with Chattelay's pre-built Loadout or create something similar to the image below. Aber das ist doch das Vorgefertigte von ihm, ne? KI-Set. Ja. Dann nehmen wir einfach mal das von ihm und gucken mal, ob wir drauf gehen. Ich hätt's richtig cool gefunden, hätte man hier so ein Hackerspiel machen müssen. So, keine Ahnung. Irgendwas cooles. Nicht das. Drei oder mehr Roboter, ein eigener, dann setzt der Regener ein. Roboter hat Schwäche. Roboter in der Nähe. IS-Biss, Portal. Selbst, wenn eigene TP unter 50 Phasen wechselt. Vier oder mehr Roboter in beliebiger Reihe. Oder wird von fünf Robotern anvisiert. Also es dürfen nicht vier oder mehr in einer Reihe sein. Das sollten wir uns schon mal merken. Und er sollte auch nicht von fünf anvisiert werden. Dann kriegen die Roboter in der Nähe... Ne, wenn Roboter in der Nähe von fünf Gegnern anvisiert wird... Ich check's nicht. Wir heilen uns einmal. Und schmeißen auch einmal hier einen Kometen rein. Eigene TP unter 50. Wer kommt da? Sind das einfach nur irgendwelche Roboter? Anscheinend. Und Maja. Hallöchen. Okay, also da kriegen wir auf jeden Fall gerade einen ziemlichen Hit durch. Ja, also da muss... Nice. Cool. Der ist so süß, der Hobaudi. Juhu. Weißt du noch, wir wollten doch mal alle zusammen nach Cosmo Canyon fahren. Das hatten wir uns doch versprochen. Ja. Als ihr für mich die neuen Cocktails getestet habt. Auf jeden Fall der hier. Dieser Costa del Sol muss auf die Cocktailkarte. Nein, 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 nein. Das war wohl etwas viel. Ach, war's das bisschen? Oh. Also ich bin für diesen Cosmo Canyon. Also schlecht fand ich den ja jetzt auch nicht. Aber irgendwas fehlte mir da halt. Ich hätte da was. Tadaaa! Kosmosalz! Man bietet doch keinen Cosmo Canyon an ohne das entsprechende Salz. Barrett liest eurer Zeitung. Kopf im Nacken! Was ist das für ein Salz? Dieses seltene Steinsalz kommt direkt aus der Wiege der Planetenkunde. Ist gar nicht so leicht, da ranzukommen. Wow! Das war doch bloß Salz! Unglaublich! He-he! He-he! Oh! Ja, stimmt! Wahnsinn! Ein ganz neuer Geschmack. Oh, schade, dass es nicht mehr davon gibt. Ich würde es gern benutzen. Hab den Laden leer gekauft. Das sollte auf jeden Fall eine Weile reichen. Irgendwann geht jeder Vorrat zur Neige. Der neue Cosmo Canyon wird bestimmt ein Hit. Und dann fehlt das Salz. Fahren wir halt vorher alle zusammen mal nach Cosmo Canyon. Und dort kaufen wir Salz, Salz, Salz! Auf jeden! Wollt schon immer in die Heimat der Planetenkunde? Dann wär das ja geklärt! Ist das zu fassen? Ich dreh hier jeden Kill einzeln für uns um! Und ihr habt ne lustige Bustour! He-he-he! Hier! Warum hat Barrett gerade geguckt wie dieser traurige Filter von der Face-App? Okay, ich bin dabei! Hab ich doch gesagt! Fährst uns doch, oder? Hoch lebe Barrett, unser Chef! Ach Barrett! Aber vergesst mir ja die Mission nicht klar! Die Geräuschkulisse. Und jetzt sind wir tatsächlich hier! Eigentlich müssen wir Salz kaufen! Denn auch später als geplant und nicht vollzählig! Seid ihr schon fertig? Moin Casp! Schon vor ner halben Ewigkeit! Los, weiter geht's! O-okay! Wo ist denn der Nächste? Oh! Da waren wir noch gar nicht unterwegs! Okay! Aber, Freunde! Ich mach jetzt erstmal ne kurze Pipi-Pause! Und dann gehen wir zum dritten und vierten und hoffen... So! Ähm... Wie kommen wir da hinten hin? Vielleicht hier mit? Gib uns die anderen Yannicks zurück! Die waren viel fresher! Gemein! Das stimmt! Nicht! Das müsste eigentlich da sein! Ja, da oben! Moin! 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 Ich hasse Hühner! So, das könnte schief gehen! Machen wir mit tiefer erstmal kurz ein Eis hier drauf! Dann machen wir ein Feuer! Dann versuchen wir ihn... Ah, er ist schon geschockt! Perfekt! Dann Limit drauf! Das war der schnellste Kill jemals! Okay! Wir müssen wieder hier... Ne, nächste Notiz! Okay, wir brauchen Berge! Tiefer komm mal her! Sorry! Ähm... Welche denn? Welche sehen denn so aus? Äh... Kann es sein, dass wir... ganz woanders hin müssen, damit wir das da sehen? Von hier? Welche Berge sollen das sein? Welche Berge sollen das sein? Es war einfach die falsche Notiz! Oh, auf dumm! Auf komplett dumm! Du kannst heimlich Fotos von Aerith machen! Was? Schnappschusschance! Wild! So, wir wollen... Das da nur am Rand sehen! Perfekt! 80 von 80! Perfekt getroffen, Cloud! Es war einfach die falsche Notiz! Ich, wenn ich im Supermarkt schauen will, was ich einkaufen muss! Und mein Zettel sagt Zahnarzttermin 12.04. Da vorne müssen wir hin! Gehen als erstes hier drauf! Dann gehen wir da rauf! Und hoffen, dass wir damit links irgendwie zu dem... Dings kommen! Ich bezweifle es aber stark! Jo! Cool! Wie kommt man da denn wohl am besten drauf? Da muss man bestimmt irgendwo hier drauf rüberfliegen, oder? Das da unten drunter... Mein Zahnarzt beim Einkaufen getroffen und aus schlechtem gewissen Zahnpasta gekauft! Ja, der würde uns wahrscheinlich rüberbringen! Aber wie kommen wir denn an den? War nicht! Da oben geht es noch irgendwie höher! Da kann man den Berg hier noch höher erklimmen? Jaaa! Jaaa! Jaaaa! Jaaaa! So, und irgendwo hier, da oben, oh, müsste die Proto-Substanz sein. Ich lese gerade alte Chats durch, also wirklich so neun Jahre plus alt und bruh, das darf man nicht tun. Das ist, das ist Selbstgeißelung, das ist Meucheln, sich selbst. So. Hallo. Hm. Na klar. Hilfe. So, da steht, wie ich den einstellen soll. Das Loadout. Und ich glaube, ich baue das jetzt einfach genau nach diesem Bild. Ich hoffe, dass es klappt. Also, als erstes soll man selbst nehmen. Selbst. Und da kommt Barriere-Schuss rein. Dann soll man selbst nehmen. Und da kommt Augmentation rein. Das haben wir noch nicht mal. Hä? Aber sein Roboter ist, glaube ich, auch ein anderer. Ah. Daran liegt das, glaube ich. Nee. Wieso hat der hier andere Sachen als ich? Dann nehmen wir halt irgendeine Karte. Ich habe gespeichert, oder? Ja. Ich habe nicht geladen. Ich habe gespeichert. Gut. Was tue ich hier? Laden. Der geht auf jeden Fall immer mit dem Offensiven rein, anscheinend. Wir gucken mal. Säure. Das wirkt auch einfach, als wäre es halt voll überkompliziert. Ich habe den nicht einmal angreifen können, by the way. Ich habe ihn immer noch nicht einmal getroffen. Die gehen einfach nicht auf den. Okay, cool. Was mit dem? Der hat einfach keine Schwäche. Natürlich. Meine Blitzleute greifen den einfach nicht an. Ich spiele gerade auf Easy und ich kriege so auf... Das ist doch peinlich. Hier ist kein Gegner mehr. Das ist doch alles kacke. Hier ist kein Gegner mehr. Ich checke halt nicht wirklich, warum der... ...ein anderes Loadout hat, als ich. Warum hat er dieses Augmentation? Wieso hat er jetzt das plötzlich zusammengebaut? Man weiß es nicht. Ich kann es nicht, wenn ich nicht anfangen kann... Was ist das noch anders. Ich schaue es jetzt. Ich bin jetzt mit der Minderung. Ich kann es nicht mehr Leute gucken. Ich hatte etwas Angst. Von der was machen wir gegen den führt unter bestimmten eine besondere Aktion aus wenn er von zwei Gegnern anvisiert wird also das sollten wir nicht machen aber einen können wir auf jeden Fall auf den drauf schicken oder wir schicken einen auf den drauf und machen da einmal den killen wir einfach so ja soviel dazu jetzt haben wir nämlich den nächsten gestehen eigene TP unter 30 das ist Level 3 das empfohlene Set hat jetzt gerade komplett gecarried aber ich habe schon gelesen dass 4 richtig schlimm wird das hat ja prima funktioniert sorry ist ein bisschen später geworden aber nein wir müssen uns entschuldigen schließlich macht ihr hier die ganze Arbeit Möge der Planet uns alle Zeit schützen so jetzt bist du dran Wedge welche Wahrheit möchtest du heute mit uns teilen was ich klar der berühmteste Gourmet der Slops Witch nun ja also sprich mal lauter Mann ich will heiraten ich möchte mich gerne noch nützlicher machen ständig bin ich euch nur ein Klotz am Bein nicht schon wieder wer hat dir denn E-Blo bloß ins Ohr gesetzt ich oder nix oder etwa nein niemand hat das gesagt aber nur weil ihr alle viel zu nett dafür seid ich finde ja die ist alles andere als nett ey nimm das zurück der stirbt siehste von wegen nett stopp hör auf ein Klotz am Bein hätte was Gutes man könnte ihn für Muskeltraining verwenden zum Beispiel wir brauchen dich auf jeden Fall im Team so der Kerl dachte doch echt bis zum Ende er wäre uns ein Klotz am Bein dabei war er immer mit vollem Einsatz bei der Sache mehr noch als wir alle zusammen ja der Mistkerl hätte einfach Chefkoch oder Restauranttester werden sollen grüße gehen raus an den Big Tasty Jungen Tempelruinen da haben wir aber zum Glück auch ein Teleportationspunkt sehr schön ähm jo hier war auf jeden Fall hinten auch eine Foto Quest müsste man eigentlich hier rüber erreichen nein tun wir glaube ich nicht Juffi halt die Klappe ist eine gute Frage wie man am Ende hier oben drauf kommt weil da oben drauf müssen wir aber wir holen uns hier schon mal die ganzen äh Punkte oder muss man dann von da oben hier rauf fliegen das ist die einzige Option die mir eigentlich einfallen würde wie hoch ist denn da hinten der Wetter to worm da oben ist auf jeden Fall der Mogri Dingsbums aha so kommt man da hoch aus dem Weg sehr gut die dann das ist die 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 und die die Jetzt gehörst du wie schön weiter austeilt. Klappt! Ich zähl auf dich. Los! Getroffen! Scheiße! Sollte eigentlich schon das Ende sein, glaube ich. Nice! Ich drück ab! Okay! Alter, das wird immer schlimmer! Stirb! Ich drück ab! Also! Nein! Klau das ehrlich! Ich drück ab! Nein! Wir haben einfach ein Selfie! Süß! Eris! Ja! Nichts! Lass uns das Foto machen und dann schnell zurück! Ja! Hast recht! Und jetzt brauchen wir nämlich auch diese zwei Berge, die wir da gesehen haben! So, ein bisschen... Oh, da ist doch schon! Jawohl! Also, wir können jetzt oben eine Nebenquest abgeben, aber wir machen erstmal jetzt noch das mit den Proto-Sachen hier zu Ende. Und ich hoffe, dass das hier jetzt wirklich nicht mich in die Weißglut treiben wird. Bitte, bitte nicht. Ja, stimmt, Maski. True. Ich habe das letzte Update eingespielt. Damit sollte Chatlight jede Herausforderung meistern. Auf geht es. Wir nehmen wieder empfohlene KI gleich mit. Ich versuche einfach, auf die Affinitäten zu gehen und we pray for the best. Du kannst nun fortgeschrittene Aktionen wie Schock oder Boost auswählen. Das war das aus dem Guide. Gut zu wissen. Empfohlene Sets. Ja. Zack. Und damit gehen wir jetzt rein. Okay, der hat oben sogar so Phasendinger. Hilfe. Okay, dann macht er direkt Blitz. Wollt ihr vielleicht den Fetten da? Danke sehr. Schickt hier einfach mal einen los. Das war der falsche. Schade. Okay. Ich habe einfach so mal gedacht, auf gut Glück mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir hier auch gleich zwei direkt brauchen. Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, wieder einen Komet zu ballern. Ich werde jetzt nur erstmal auf alles reagieren, was er schickt. Ich glaube, ich werde erst noch kurz warten, ob er vielleicht nochmal was schickt. Sonst würde ich gucken... Weil irgendwann will ich natürlich auch meine Portalfertigkeiten einsetzen. Aber da würde ich eher so ein bisschen aufs Ende warten, weil der macht ja irgendeinen wilden Kram auf jeden Fall. Der Phasenwechsel. Phasenwechsel Blitz kommt jetzt gleich anscheinend. Vorteil Boss-TP niedrig. Okay. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich kann jetzt einfach reinhammern. Boom! Auf easy zerpflückt. Auf easy mit dem empfohlenen Set zerpflückt. Geil. Oh. Ein Glück. Ich hatte Angst, dass das mich Ford Condor-mäßig komplett aus dem Leben reißt. Schön. Der denkt jetzt schon über den Tod nach. Bro, chill. Du bist 13. Aber klar doch. Warum denn nicht? Äh. Was ist das? Ein Geschenk. Von Wedge. Chadley-Mind-Type of Freaky. Ich muss mich wirklich bei euch bedanken. Es war gut, dass ihr dabei wart. Tschüss. Aber das war schon mehr als genug. Aber wie sehen eure Pläne ab jetzt aus? Naja. Wie wäre es denn, wenn wir uns eurem Kampf anschließen würden? Was? Meinst du das ernst? Seit dieser Sache gibt es keine Nachrichten mehr von der Hauptgruppe. Wir können doch nicht ewig nur rumsitzen und Däumchen drehen. Ja schon, aber... Oder? Es gibt doch bestimmt was für uns zu tun. Jetzt mach mal halblang kleiner. Aus einer Laune heraus lasse ich garantiert keinen bei uns mitmachen. Tut mir leid. Ich dachte nur, dass wir... Ich weiß das wirklich zu schätzen. Aber es könnte sein, dass wir alle dabei drauf gehen. Und ich möchte, dass ihr weiterlebt. Es wartet doch noch so viel auf euch. Oh, gleich platze ich hier. Lasst mich an dieser Stelle ein paar Worte sagen. Ja, dann schieß mal los, Mann. Welche Wahrheit möchtest du heute mit uns teilen? Das könnte länger dauern. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Wir wollen unseren Planeten retten. Allerdings wird's an Gil und Mitstreitern. Ja. Aber wir sind alle vereint. In unserem Hass auf Shinra. Ja. Er brennt in unseren Herzen. Diese Flammen lodern. Heiß und unbändig. Ja. Jeder von uns muss der Opfer bringen. Doch das hält uns nicht auf. Es macht uns sogar noch viel stärker. Wir werden diesen Planeten um jeden Preis beschützen. Seid ihr bereit? Dann kämpft mit mir. Ich habe es so satt. Nieder mit Shinra. Genau. Bin bereit wie nie. Oh ja. Perfekt. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch mit einem Drink besiegeln. Gifa. Noch eine Cosmo Canyon. Für uns alle. Süß. Süß. Tifa. Ja? Wir müssen über die Sache hinwegkommen. Du weißt. Ich könnte sie niemals vergessen. Was ich sagen will ist. Schluss. Mit den Schottgefühlen. Hm? Ich bin sehr dankbar. Einfach die Schulter rausgekugelt mit dem Schlag. Kriegen wir jetzt wieder so ein Flashback mit dem komischen Ninja. Anscheinend nicht. Wow. Oh doch. Here it comes. Gambitmeister. Geht das wieder los? Nochmal lass ich mich garantiert nicht von hier übers Ohr hauen. Feuer im Herzen. Auf der Suche nach Genji. Heiseflammen der Sehnsucht. Mein Schatz gehört mir allein. Gebe ihm sofort zurück. Wow. Ich finde es auch schön. Schön, dass ich. Direkt mit so wenig Leben hier rein starte. Weil ich nicht wusste, dass ich jetzt gleich kämpfen werde. Oha. Ich würde ihn gerne analysieren. Danke. Ein mysteriöser Schwertkämpfer auf der Suche nach Proto-Substanzen. Das ist wenig über ihn bekannt, doch es scheint ein Auge auf Cloud geworfen zu haben. Und. 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 Neigt zu plötzlichen dramatischen Auftritten. Du kannst Gilgamesch in einen schockanfälligen Zustand versetzen, wenn du seinem Angriff ausweichst oder erfolgreich präzise Abwehr einsetzt. Wirksames Feuer. Das hat die Hälfte seiner Lebensleiste einfach weggemacht. Okay. Verdammt. Ohne Genji fehlt es mir an Kraft für einen Sieg. Beim nächsten Mal vielleicht. Keine Sorge, so geht es uns allen. In dem Spiel. Genji sofort zurück. Gib es mir. Her damit. Boah. Oh ja. Du. Jetzt. Warte. Das war noch nicht unser letztes Treffen. Man muss aber auch dazu sagen, wir sind immer noch auf Schwierigkeitsgrad einfach wegen, äh, dem Gambit-Ding. Von daher war es gerade auf jeden Fall simpler. Verstehe. Dieser Riese sucht also nach Genji. Er möchte durch die Protosubstanz nicht nur seine einstige Kraft, sondern auch seine Erinnerung wiederherstellen. Vermutlich. Ohne abgeschlossene Analyse kann ich nur Vermutungen anstellen. Aber ich denke, es handelt sich um eine Art Waffe. Gefertigt aus einem Material, das in unserer Welt nicht existiert. Angenommen, dieser Riese kommt aus einer anderen Dimension. Dann können wir nicht ausschließen, dass die Protosubstanz ursprünglich ihm gehörte. Oh, ich habe gerade von den Entwicklern ein Spiel bekommen von der Midnight-Scene. Das waren so kleine Horror-Indie-Games. Cool. Fancy. Nice. Nice. Chatly hat dann ein paar Schrauben gedreht, sodass die Gambit-Schlacht nun auch auf einem neuen Schwierigkeitsgrad verfügbar ist. Stell dich der neuen Herausforderung. Nein. Das machen wir nicht. Wir stellen jetzt erstmal wieder die Schwierigkeit auf normal. Und wir schließen die Nebenquests ab. Also beide. Einmal im Seminarraum. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Wohin soll es gehen? Da. Und einmal oben. Bam, 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 bam. Ihr findet gerade ein Seminar statt. Nein, es gibt hier keine Ruhe. Oh. Hm. Diese Bilder stehen den alten Beobachtungen in nichts nach. Sie werden uns in Zukunft als Referenz gute Dienste leisten. Tarot-Karten? Dann ist er gut. Ja, in der Tat. Und wenn wir die Positionen dieser Himmelserscheinungen jeweils mit einer Linie verbinden, erhalten wir... Ich kann es nicht glauben. Diese Formation. Wir müssen unsere Hypothese neu aufstellen. Ciao. Was hast du dir vorhin eigentlich gewünscht? Na, was man sich eben so wünscht. Dass der Planet uns beschützt, natürlich. Achso. Ja, klar. Ja, klar. Aber sag mal, du hast vorhin so komisch gekocht. War aber nichts. Hm. Der Sternenschauer scheint vorüber zu sein. Ist was? Auftrag abgeschlossen. Möge der Planet uns alle Zeit schützen. Wohin soll es gehen? Ähm... Sternwarte. Ach, lol. Seine Nebenkörser habe ich noch gar nicht gemacht. Nur nicht mal ansatzweise. Ich habe nur die andere gemacht und die Protosubstanz nicht dödel. Ach, bin ich blöd. Ähm... Was müssen wir denn da überhaupt machen? Begib dich mit Hilfe von Buchenhagens Aufzeichnung zur ersten Lebensquelle und führe eine Messung der Marko-Quellen durch. Und wir müssen jetzt gucken, dass es dann die Stelle ist, die er markiert hat. Es sollte da sein, nehme ich an. Beziehungsweise nicht da, wo es so tief reingeht, sondern... ...hier. Können wir von hier aus mit dem Schokobo runterjumpen? Natürlich nicht, ne? Wäre ja auch zu simpel. Aber... Wir können von hier aus rüber. Aber das heißt, wir haben jetzt noch eine Nebenquest, die derzeit auf dem schwarzen Brett steht. Ähm... Eventuell kommen noch neue hinzu. Aber dann können wir uns Richtung Nibelheim begeben. Da habe ich ehrlich gesagt noch ein bisschen Angst vor. Und ich nehme an, sobald man dann auf dem Flug zu Nibelheim ist, äh, endet auch Chapter 10 und man kommt in Kapitel 11. Aber das trifft sich eigentlich ganz gut, wenn wir dann in ein neues Gebiet gehen, weil... Ähm... Dann kann ich vor dem nächsten Stream... ...die ganzen Nebensachen hier machen. Ja, als wir letztes Mal da waren, das war richtig lustig. Wenn er jetzt sagt, wir sollen noch rüberfliegen... Ach, gut. Hätte er das dann jetzt nicht einfach alles selber machen können? The fifth episode. Wie cool. Ich finde es richtig süß, weil die Leute von Midnight Scenes, A Safe Place, haben auch einfach geschrieben, dass die sehr grateful dafür sind, dass ich die anderen Episoden von denen damals aufgenommen habe und hochgeladen habe. Und deswegen haben die mir halt jetzt einen Key zugeschickt. Von dem Neuesten. Oh, wie süß. Ich lieb's, wenn Entwickler sich sowas angucken und dann deswegen schreiben. Wie cool. Äh, geht so 60 bis 90 Minuten. Ich würde sagen, wir haben gerade unser Donnerstags-Video gefunden. Morgen kommt ja Alone in the Dark, das ist der erste Part und zweite Part. Aber Donnerstag... ...kommt dann das Game. Ich freue mich. Das letzte Midnight Scenes war richtig gut. Da freue ich mich auch sehr drauf, dass sie jetzt eine neue Episode haben. So, aber wir dürfen messen. Na klar. Ja, und den Nanny, weil das damit zusammenhängen, ja. Ja, die waren alle cool. Auch die allerersten. Die auch nur so 15 Minuten gingen. Die waren auch schon cool. Okay, das ist jetzt irgendwo bei so einem... ...wo sich das so aufspaltet. Das wird hier unten sein. Einmal geht's irgendwo tief rein. Ja, das muss ja eigentlich hier rüber sein. Hier. Glaube ich. Genau, da sind so Brocken. Zack, zack. Da drunter, wo ist so ein Gang... ...bevor so ein Gang runter geht. Ja, genau. Das sollte hier sein. Aber guckt mal, dann habe ich doch sogar schon direkt das erste Video... ...was in die Horrorrichtung geht. Neben dem Let's Play. Was wir dann auch auf dem Hauptkanal schon machen. So klappt es doch. Schön. So, ich glaube, das ist hier hinten. So hätte ich geschätzt. Chocobo! Wenigstens singt Jofi nicht mehr. Oh. Vielleicht hast du es gejenkst. Wir hoffen natürlich nicht. Biniest du. Schön. Schwung. Wie. Ja, das ist ja nie. Und deswegen war's heiß. Gebennt Ihr T CHRIST? Ja ja ich bin bloß. block Renate degree. Alles nicht wie reefs. Nichts aus. Ich bin allerdings nicht wie möglich. Ist das hier dann oben? Nee, das ist doch schon zu tief rein. Nee, nee. Da unten stand ja auch gerade schon was von wegen Beobachtungs- Dings. Das muss eigentlich da sein. Schutzvorrichtung? Oh, ein R&I-CT. Kleine Show, gefällig? Kommt der Opa jetzt wieder angeflogen? Na klar. Hier sieht es aber auch nicht gut aus. Zehn. Nein, doch, 400? Die Anzeige schwankt stark. Wofür steht dieses GZ eigentlich? Wie heißt diese Einheit? Für Gesel. Das ist Opas Vorname. Opa war es nämlich, der entdeckt hat, dass der Lebensstrom messbare Signale aussendet. Das ist cool. Gesel-Butenhagen. Das ist mal ein Name, oder? Dass der auf diesem Ball die ganze Zeit hier rumfliegt. Oh. Es wirkt, wirkt als würde sie sich etwas fürchten. Äh, und dann gibt es noch einen oben bei den Dingern. Hier wahrscheinlich dann, oder? Ja. Ah, da vorne. Wir sehen das Tor sogar schon. Jaaa. Ich hab gehofft, wir können hier runterjumpen. Das war euch Eis. Dann übernimm. Übernimm mal. An die Arbeit. Was? Jaaa. Boah, ho, ho, ho. Jaaa. Nicht übertreiben. Wurde schon angedeutet. Der Winternacht. Jaaa. Was für eine gelegenheit. Nicht tragen lassen. Und jetzt knallt's. Zerstört. Du bist am Zug. Ich leck los. Aaaaah. Entscheiden dir. Wir haben's geschafft, Opa. Zerstört. Gut gemacht, Nanaki. So gut wie verbraucht. Oder ist es ein Zeichen, dass die Wächter erwachen? Das klingt wie die Stimme einer Arma, nicht? Oh Gott. Gut möglich. Und wenn das wirklich so ist, hieß es, dass... Jedenfalls sollten wir keine Zeit verlieren, bis alle Lebensquellen von uns untersucht worden sind. Das hier sind die Aufzeichnungen über den nächsten Zielort. Viel Glück und gutes Gelingen. Where? Where is it? Das ist diesmal gedreht. Wie dreist. Das ist gedreht und müsste dann circa irgendwo hier sein. Frech. Ja, links. Genau da. Da müsste es sein. Das habe ich auch nur erkannt, weil da der Mogri-Ort eingraviert ist. Da unten. Irgendwas stimmt hier nicht. Vorsicht. Oh. Eiskalt. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Bring es mit uns. Ziemlich schwach. Jetzt liegt es an dir. Bruder, bitte übernehmen. Überlassen es mir. Zack. Wie bitte? Jetzt auf die Griffon, die gerade instant geplättet hat, ist schon ein bisschen krass. Barrett, der sagt frostiger Gruß. Ey, yo. Grüßle aus dem Weihabend, vom Schnupfen-Crow, oh no. Gute Besserung. Hallöchen, hallöchen. Frostiger Gruß. Ohohoho, Schicksal ist nichts als Selbsttäuschung, mit der man sein Gewissen beruhigen will. Achso. Was wir aus unserem Leben machen, liegt ganz an uns. Nicht wahr, Cloud? Ja, stimmt wohl. Warum werde ich denn so direkt angesprochen, hallo? Was ist denn da mit Aufsicht? Hm. Es wäre der Joke gewesen für über 9000. Einfach verbrannt. Im Lauf der Zeit muss sich der Fluss des Lebensstroms gewandelt haben. Oder aber... Irgendjemand hat sich an ihm zu schaffen gemacht. Und ihn willentlich verstärkt. Eine Lebensquelle bleibt ja noch. Jetzt müssen wir nachlassen. Wir haben ganz schön gegen Griffon gekämpft, der uns alle insta-gekillt hat. Muss es noch schlimmer werden? Das ist... Weil... Hier müsste das sein. Ja. Irgendwo da. Wir sollten uns vielleicht auch mal kurz heilen. Fliegen hier jetzt kurz... Direkt nach links. Oder ist es doch oben? Äh... Vielleicht ist es auch hier. Bin ich sicher. Das war sehr schlimm, by the way. Imagine Sauna für eine Stunde. Du bist fast am ersticken. Das doesn't sound angenehm. Ist es hier vielleicht direkt irgendwo? Ja. Ohne kämpfen? Hier sind ausnahmsweise mal keine Ungeheuer. Wack. Vermutlich, weil die Lebensquelle schon ausgetrocknet ist. Ha! Ja. Keine Ungeheuer. Ich frag mich, was hier passieren wird. Auf dieser großen Fläche. Cloud, bring doch mal das Messgerät her. Hm? Was geht hier vor? Überlass das uns, Opa. Erstmal analysieren, bitte. Eis. Subspezies der Kimara-Wanze, die sich an das Leben in Trockenzonen angepasst hat. Sie besitzt die Eigenschaft verschiedener Insektenarten und nutzt Schmetterlingsstaub und Spinnenfäden, um Beute zu fangen. Nutze die elementaren Schwächen dieses Insekts mit magischen Attacken aus, um es schockanfällig zu machen. Ja, gut, dass kaum noch einer von uns irgendwie äther hat. Ausweichen hier. Okay, man kann den einfach mal one-hinten damit. Das ist natürlich krass. Man kann ihn nicht one-hinten, bin ich blöd? So aus wäre der direkt weg gewesen. Wir haben sogar schon Eis gar. Aber es kostet zwei... Ja, let's go. Noch so viel dazu. Als ob wir Eis gar haben. Das ist ja insane. Also das Karsten dauert halt auch übertrieben lange. Aber dafür knallt es halt auch komplett. Aber wir hätten ganz kurz warten können, hätten wir sogar Eis gar machen können. Tief ab! Tief ab! Nice. Ho, ho, ho. Lebensquellen sind seit jeher veränderliche Orte, die sich dem Fluss des Planeten stetig anpassen. Aber dass sie in so kurzer Zeit komplett versiegen, hat es früher meines Wissens nicht gegeben. Was auch immer der genaue Grund dafür sein mag, fest steht für mich, dass der Planet gerade einen gravierenden Wandel durchläuft. Arma? Der Name ist mir wohl bekannt, da er in alten Dokumenten auftaucht. Allerdings hielt ich die Arma für ein Symbol, eine Art Metapher. Ich hätte nicht gedacht, dass sie real existieren. Daher habe ich euren Berichten über diese Wesen anfangs keinen Laugen geschenkt. Nett von ihm. Vielleicht war ich aber auch einfach nur zu verängstigt, um mich dieser Wahrheit zu stellen. Die Arma entstehen, wenn sich der Planet in Gefahr befindet. Eine Reaktion, die Einfluss auf seine Zukunft nehmen soll. Dafür, eure Warnungen in den Wind geschlagen zu haben, kann ich nur noch um Entschuldigung bitten. Hm, besser aus. Wenn wir uns unserer Furcht nicht stellen, können wir sie niemals überbinden. Auch ich muss nun der Wahrheit ins Auge sehen. Die Armas sind erschienen und die Zukunft des Planeten ist ungewiss. Eine unheilvolle Energie umgibt die Lebensquellen. Offenbar geht etwas vor sich, dass das Verständnis der gegenwärtigen Planeten Kodömer steigt. Er scheint allerdings mehr zu wissen als alle hier im Tal. Ja. Wir sind schlau. Ho, ho, ho. Ist schon gut, Nanaki. Wenn wir uns in haltlosen Spekulationen ergehen, verlieren wir den Blick für das Wesentliche und schlagen letztendlich einen falschen Weg ein. Fürs Erste sollten wir darauf bedacht sein, die Situation genau zu beobachten. Okay. Im Angesicht der Größe des Planeten verplasst all das, was wir als Einzelne im Leben bewirken können. Wir sind nur ein einzelner Tropfen im großen Fluss des Lebensstromes. Schließlich umfasst er jedwedes Leben, dem der Planet jemals eine Heimat geboten hat oder in diesem Moment gerade bietet. Jedoch bedeutet das im Gegenzug auch, dass jeder Einzelne von uns untrennbarer Teil der Gesamtheit ist, aus der sich unsere Welt zusammensetzt. Selbst das kleinste Kräuseln auf dem Wasser kann sich ausdehnen, stärker werden und zu einer mächtigen Welle anwachsen. Es liegt an uns, das Beste aus unserer Zeit zu machen. Mit gänzer Kraft sollten wir für unsere Ziele kämpfen. Ich werde auch weiterhin alles tun, um die Geheimnisse des Planeten aufzudecken. Ich gebe euch Bescheid, sobald ich etwas entdecke. Mhm. 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 Aber nimm dich dabei nicht, Opa. Mhm. Wie seltsam. Oh nein, das ist ja schrecklich. Stimmt das nicht, Opa? Ich fürchte ja. Unsere Forschungsgruppe hat berichtet, dass Geister der GIE im Tal gesichtet wurden. Ich dachte, die wären in der Höhle versiegelt. Oh ja. Das wurden sie. Wie kann das dann sein? Wir haben es mit Geistern zu tun. Sie agieren jenseits der Gesetze dieses Planeten. Ich glaube, wir brauchen die Hilfe von dir und deinen Gefährten, Nanapir. Natürlich. Genaueres wird euch der Wachposten sagen können. Ich werde mich sofort zurück ins Tal begeben. War ja klar, dass es noch eine weitere Nebenquest geben wird. Bin ich gewundert, wenn nicht. Oh, voll umgerannt. Es gibt Neuigkeiten. Unser Forschungstrupp hat Geister der GIE außerhalb des Tals gesehen. Opa hat uns alles erzählt. Ist dem Forschungstrupp auch nichts passiert? Dün, 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 dün. Nein, zum Glück nicht. Er befand sich in der Nähe des Lifts und konnte rechtzeitig entkommen. Allerdings mussten die Wagen zurückgelassen werden. Wir gucken uns das mal an. Das Tal muss beschützt werden. Danke, aber bitte seid vorsichtig. Die Geister der GIE. Auch schon wieder so eine etwas längere Nebenquest. Was heißt längere? Eigentlich war die gar nicht so lang. Es hat, glaube ich, vier oder fünf Punkte. Eher vier. Hier gibt es jetzt wahrscheinlich Wägen. Und bei denen muss man gegen die kämpfen. Wa? Nicht ganz. Nein, nicht die komischen Pinguine. Da schießt nicht auf den, den du gerade vor dich gezogen hast. Das ist schlau. Komm schon, gib alle! Was? Gut. Was ist das? Bei den war Eis, ne? Ja. Der ist einfach reingedasht in den Eisangriff, das war gerade ein bisschen schade für ihn. Wo wollen die Geister hin? Nochmal drei Stück von denen jetzt, okay. Wir sollten vielleicht nochmal einmal kurz Äther auffrischen. Und wir müssen bald Äther wieder herstellen. Wir haben kaum noch Äther dabei. Und vielleicht sollten wir uns auch einmal kurz heilen. Als ob der perfekt zu dem hingelaufen ist, das ist ja verrückt. Als würden die uns in die Karten spielen. Ja. Und der andere ist auf den draufgejumpt. Ja. 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 Wir haben schon wieder einen Feuerstoß gemacht. Das macht uns nichts. Aber ist das jetzt bei der Nebenquest immer wieder so ein Ding? Okay, gut. Da ist jetzt gleich das Ende. Wartet auf uns. Alright. Nein. Ich brauche nur Barrett einen Megatrank. Vielleicht sogar zwei. In was fahren die jetzt wohl noch rein? Oder kämpfen wir jetzt gegen sie selbst? Ich verstehe das alles falsch. Try it, Seto. Wir hatten dich entsandt, um uns die schwarze Materia zurückzuholen. Doch du hast uns hintergegangen. Äh, was? Davon weiß ich aber nichts. Spiel nicht den unschuldigen Seto. Dafür brauche ich jetzt erstmal eine Analyse. Blitz. Ein großer Pflanzenfresser, der mutiert ist, nachdem er von einem Geist des Gießstörmes besessen wurde. Er rast vor Wut, ist von rotem Miasma umhüllt. Miasma. Mit der Lupe. Von Trauer und Hass ergriffen brüllt er nach absoluter Zerstörung. Nachdem er bestimmte Attacken eingesetzt hat, wird er schockanfällig. In regelmäßigen Abständen bringt er sich in den Schild- oder Reflektzustand. Ist die Schockleiste voll, geht er in eine Abwehrstellung, in der er TP zurückgewinnt. Durch drei Treffer mit starken Fertigkeiten kannst du dies verhindern. Ich habe doch sogar noch gesagt, dass mich das da unten alles voll an Dings erinnert hat. Kommt da denn jetzt gerade mein Dings durch? Oder was bedeutet der Schild? An Miasma. Die Barriere ist doch jetzt... Was genau macht Barriere? Legende. Refleck. Ich glaube, wenn ich ihm jetzt einen Blitz reinpfeffern würde, dann kommt der einfach zurück. Was natürlich weniger cool ist. Oder kommen gerade meine normalen Angriffe gar nicht erst durch? Jetzt kommt auf jeden Fall Blitz durch. Das zählte nicht als doller Angriff. Ich bin mal Klauten-Super-Train. Ich bin mal vorsichtig bleiben. Ich bin mal vorsichtig bleiben. Ich bin mal vorsichtig bleiben. Danach kriege ich die Synchro-Fertigkeit sogar immer noch durch. Okay, wir haben keine MP mehr dafür. Ist okay. Jetzt ist das rechte. Ist das wirkungslos? Arschloch. Mach doch jetzt nicht so. Blödian. So, Barriere macht er jetzt noch einen Blitz rein. Ist leider auch für uns. Schade. Mach mal die über Blitz rar, weil dann ist auf jeden Fall durch. Paz. Nice. Du verwechselst mich. Bemengung. Seto kam eines Tages alleine in die Höhle. Er sprach auf uns ein und versuchte uns davon zu überzeugen, keine Gewalt anzuwenden. Das war das erste Mal, dass ich ihn sah. Er war von stattlicher Gestalt. Und besaß eine prächtige Mähne. Eine prächtige Mähne. Eine mutigen und aufrichtigen Krieger. Und deshalb schenkten wir ihm unser Vertrauen. Wir streben danach, in den Besitz der schwarzen Materie zu belangen, damit sie uns endlich Erlösung schenkt. Doch kaum teilten wir Seto unser Verlangen mit, zeigte er uns seine wahre Gestalt. Setos Verrat ließ tiefe Trauer zurück und näherte unsere Wut. In unserer Wut durchbohrten wir Setos Körper mit unzähligen Pfeilen. Doch er zeigte sich unbeeindruckt. Dann einfach gesagt, jo. Beschlossen sagte er, dass er sich all unsere Geschichten anhöre und all unsere Pfeile entgegennehme. Aber das Tal würde er mit seiner ganzen Kraft verteidigen. Sein Wille war unerschütterlich. Selbst als das Gift der Pfeile seinen Körper beströmte und dieser anfing hart wie Stein zu werden, kämpfte er bis zum letzten Atemzug. Und schließlich, erschöpft vor Verzweiflung, sahen wir uns erneut gefangen auf dem dunklen Grund der Höhe. Unfähig von dieser Welt, alles zu wirken und ohne jedwegen Trost. Hört mal, ich weiß, dass es euch schwer fallen muss, mir zu vertrauen. Aber ich möchte zu Ende bringen, was mein Vater begonnen hat. Ich möchte euch auch verraten. Gina Tak hat mich darum gebeten, euch die schwarze Materia zurückzubringen. Ich möchte euch helfen, endlich Ruhe zu finden. Irgendeinen Weg muss es geben. Alles, worum ich euch bitte ist, so lange in der Höhle zu warten. Und nicht zu nerven. Klar, klar, sicher. Oder nie in Erfüllung geht. Oh, endlich. Nach all dieser Zeit. Du hast uns ein Versprechen gegeben. Brich es nicht. Sohn Desetto. Desetto. Bist du sicher? Die werden dich beim Wort nehmen. Mein Vater hat alles verstanden. Den Schmerz der Ghi, aber auch das Unheil, das uns drohen würde, würden sie die schwarze Materia zurückbekommen. Deshalb hat er sich selbst geopfert, den Zorn der Ghi komplett auf sich gelenkt und wurde zu Stein verwandelt. Wir müssen die schwarze Materia finden. Aber die Ghi dürfen sie niemals in die Finger bekommen. Ich werde einen anderen Weg finden, sie von ihrem Leid zu erlösen. So wie ich es versprochen habe. Irgendwo auf dem Planeten wird es eine Antwort geben. Und ich werde nicht aufgeben, bis ich sie gefunden habe. Ho, ho, ho. Gesprochen wie ein wahrer Hüter des Tals. Opa. Unsere Sehnsüchte verleihen uns die Kraft zum Handeln. Halt da deinen festen Anarchy und vergiss sie niemals, was immer auch komme. Auf diese Weise wirst du deine Ziele verwirklichen können. Und damit haben wir tatsächlich alle Nebenquests erledigt. Herzlich willkommen im Cosmo Canyon. Der Wiege der Planetenkunde. Bei uns kann jeder etwas anfassen. Vier von vieren. Ähm. Höhlenhotel. Wir fliegen jetzt gleich noch nach Nibelheim. Weil die Proto-Sachen haben wir ja auch alle gemacht. Das heißt, den ganzen Nebenkram, den man sonst hier so erledigen kann, das mache ich alles offstream. Also diese Wettertürme da einsammeln und so diese Weltereignisse, was jetzt nicht so spannend ist. Ich möchte gerne ruhen. Und das heißt, beim nächsten Mal geht es in Nibelheim, denke ich, weiter. Also je nachdem, wie jetzt hier der Flug vonstatten geht. Ich bin sehr gespannt, wie das so laufen wird. Ob es da Komplikationen gibt. Erstmal müssen wir jetzt Rauchzeichen machen. Sid, mein Bester. Ja, geil. Nibelflugplatz. Auf geht es. Warum kann man hier eigentlich lenken? Ist das nicht komplett irrelevant? Das ist doch einfach nur, um ein bisschen zu bespaßen, oder? Ist das nicht komplett irrelevant? Uh. Ja. 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 Boah, da oben ist der riesige Reaktor Ehemalig Reaktor Und wir gehen jetzt in unser Unser Zuhause Die Wiege der Planetenkunde, Kapitel 10 ist damit abgeschlossen Und Kapitel 11, Rückkehr ins Unbekannte Tschau Boah, das wird hier jetzt Hardcore Was? Hat der gerade in einer alten Erinnerung, die wir dachten, dass es eine alte Erinnerung ist Neue Dinge reingesagt? Er scheint auch nach Nibelheim zu wollen Ja, ob wir es, der hat Nibelheim gesagt Boah, kann der bitte wieder mit seiner tiefen Stimme reden? Ich mag seine Stimme nicht Ich finde, der redet jetzt viel zu komisch Alright Hier gibt es die S bei Odin Lecker Ähm, ja Freunde Hier soll es weitergehen In Nibelheim Junge, Junge, Junge Ich bin besorgt, dass hier alles so passieren wird 52 Stunden Spielzeit haben wir jetzt schon Boy Ach Was sagt hier Hauptfortschritt? 71% Alter, wir haben richtigen Sprung gemacht Alter Das ist nicht mehr viel Hilfe Ich will nicht Mehr als 2 Stunden ist man wohl auch in Nibelheim unterwegs Also Ähm In Kapitel 11 71% So, so So, so Freunde Beim nächsten Mal soll es hier weitergehen Äh, ich bin sehr gespannt Ich plane momentan, dass wir uns Donnerstag Nach der Poddyaufnahme abends noch wiedersehen Äh, das wäre so roundabout, ich denke 19 Uhr 19.30 Uhr oder so Also wenn ihr weitersehen wollt Wie es in Finale Fantasie weitergeht